... Station. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleonors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lern denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontänenhauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Andi, sei gegrüßt. Also Andi FFH. Markus, kannst du das Spielprinzip mal für Doofe erklären? Von welchem Spiel? Von diesem hier, Kitzeln. Von Bioshock. Es ist eigentlich, reduziert gesagt, ein Story-Shooter, wo du zwischen Waffen und sogenannten Plasmiden, das ist das, was du in der linken Hand wählen kannst. Du kannst deine Spielweise sehr frei gestalten, weil du ziemlich viele Waffen hast. Also Granatwerfer, Schrotflinte, Forschungskamera, Nietenpistole, Hackwerkzeug, MG, Hampune, also je nachdem, womit du zocken willst. Und für die andere Hand gibt es halt sogenannte Plasmide. Das ist so wie Magic, wenn du willst, aus Skyrim. Es gibt halt quasi Elektrofeuer, Telekinese, Insektenschwarm, Fallen, was weiß ich. Du kannst quasi sehr viel anpassen nach deinem Spielstil. Und es ist mehr oder minder eine Story. Und hier im zweiten Teil ist es die Story, wir sind hier aufgewacht als Big Daddy, quasi ein Beschützer der kleinen Little Sisters, die quasi den Treibstoff für diese Plasmide abzapfen können. Und ja, unsere, wir sind quasi geprägt auf eine Little Sister und genau die suchen wir. Das war die, die er gerade erwähnt hat. Und da sind wir jetzt im Moment hinten dran, die zu finden. Hinten dran? Vorne davor? Ja, ihr weiß schon. Äh, wie heißt das Spiel, welches du gestern gespielt hast, Les? Momodora, Reverie Under the Moonlight. Also, Momodora einfach bei Steam eingeben. Da gibt es zwei, einmal den dritten Teil und einmal den vierten, den wir spielen. Die ersten beiden Teile gibt es kostenlos im Internet. Die haben aber leider keinen Controller-Support. Und kein, ich glaube, Keybind-Remapping. So, dass du mit einer ziemlich kruden Tastatursteuerung spielen musst. Aber hier ist Teil 1 und 2, kannst du kostenlos im Web runterladen. Und der gerade gesprochen hat, Andrew Ryan, beziehungsweise der Fontaine. Haben hier quasi unter Wasser diese Stadt Rapture erschaffen. Nennen wir es einfach mal so eine Art Utopia für Freigeister. Und die haben halt mehr oder minder diese Drogen erfunden und erschaffen. Womit man halt diese, diesen genetischen Code neu schreiben kann. Wodurch man halt diese Sachen hier einsetzen kann. Das ist irgendwann gehörig schief gelaufen. Und die Stadt ist den Bach runtergegangen. Und das war der Punkt vom ersten Teil, wo wir mehr oder minder angefangen haben. Ich will jetzt den ersten Teil nicht spoilern. Gibt es auf YouTube mittlerweile, kann man in die VOD reingucken. Und wie gesagt, das ist jetzt der zweite Teil, der quasi so ein bisschen die Geschichte des erstens weiterführt. Kann man aber auch gut verstehen, wenn man den ersten nicht gespielt hat. Achso, das ist gar keine, ähm... Ich dachte, das wäre eine EVE-Schrotze. Telekinesen will ich nicht, ich will abfackeln. Ja, und dann shootert man sich halt mehr oder minder so rum. Wobei ich tatsächlich sehr wenig Shooter. Genau wie im ersten Teil benutze ich nämlich sehr gerne Nahkampfwaffen, weil die halt kaum Munition brauchen. Du musst natürlich Munition finden, Lebenspacks, Mana-Packs. Und, ähm... Ja, da ich immer so ein Munitionssparer bin, spiele ich sehr gerne mit den Mili-Waffen, weil die tatsächlich eher weniger kosten und dementsprechend immer benutzt werden können halt. Ich kann halt hier, ne, einfach so knüppeln, das kostet mich halt nix. Und das mag ich halt sehr gerne. Deswegen habe ich den ersten Teil auch groß mit der Wrench, also mit dem Schraubenschlüssel, gespielt. Und den Teil jetzt hier mit dem Bohrer. Und die Munition spare ich mehr oder minder für die Boss-Battles. Komme ich da hinten eigentlich noch rüber? Ne, da hinten ist vielleicht auch noch was. Ja, du kannst halt hier alle Kisten immer durchsuchen und findest dann halt eben Geld. Da kannst du Sachen verkaufen. Die paar Pops. So, Caro, danke für den Host und dir natürlich schon guten Abend. Du kannst bei Amazon die automatische Verlängerung kündigen. Er ist nicht ganz richtig, Kasser. Bei Twitch Prime läuft es nach 30 Tagen automatisch aus. Das heißt, da gibt es kein automatisch, keine automatische Verlängerung, äh, sondern tatsächlich nach 30 Tagen, um es jetzt bei Beispiel Skylash zu nennen, wenn er nach 30 Tagen sagt, hey, ich möchte den alten Slash noch mal unterstützen, war nicht ganz scheiße, muss er wiederkommen und nochmal den Abonnieren-Knopf drücken. Twitch erkennt es als Resub und es zählt dann quasi als zweiter Monat. Kommt er nicht wieder und sagt einfach, ey, der Stefan ist cooler. Ich gehe zum Stefan und hau da einen Zap rein. Dann kann er das nach 30 Tagen machen und muss nicht vorher kündigen. Hier hat bei Twitch, äh, bei Prime musst du halt mit dem Abo-Knopf selbst aktiv werden. Ist nicht wie bei Paypal, dass es quasi automatisch immer weiter geht, bis du sagst, stopp it. Du bist ein Meisterforscher. Mache mit Schadensforschung das Beste aus deinem freigeschaltenen Schadensboni. Ich habe irgendwie keinen Platz, ne? Erstmal nicht. Erstmal nicht. Und dann gibt es halt so Tonikum, da kannst du halt eben deine Klamotten anpassen, worauf du spielen willst, mit Frost, mit Feuer, mit Elektro. Da kannst du halt so ein bisschen die Toniken und so austauschen und so. Ah, es ging um Twitch Prime allgemein, den Probemonat bei Amazon. Also, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Das mag sein. Das mag sein. Neunter Oktober 1967. Hallo. Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne Geisteskönig sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich... ...mich auszuschalten. Meine nächste Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu... Da habe ich keine Chance, das ist schon durchgefallen. Ne, also wir hatten, ähm... Der Probemonat, ich glaube, von... ...kommt mir nie zu reden. ...kommt mir nie zu reden. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Wie hat das mit dem Probemonat mit Amazon Prime? Wie hat das, da könnte eventuell der Chat weiterhelfen, ob er den aktiv kündigen muss. Also der erste ist kostenlos und dann kannst du, musst du es wahrscheinlich sagen, ich möchte nach dem Monat nicht verlängern. Dann hast du halt diesen einen Probemonat mit Amazon Prime gehabt. Ähm, das weiß ich nicht, weil da bin ich schon seit Jahren Vollzeitkunde und zahle halt meine 50 Euro im Jahr. Ja, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt ausgegangen, du meintest das wirklich mit dem Abonnieren mit Twitch Prime. Ähm, ja, das verlängert sich halt nicht automatisch. Aber wie eben das gesamte Prime-Paket, wie das abschließt, das weiß ich tatsächlich leider nicht. Äh, wir müssen die Luft schleusen. Was hast du denn gesucht, du Lord Nüsschen? Jetzt sag nicht, äh... Oh, 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 was spielt denn Lord Nüsschen? Lol? Und Jan, danke für den Ohr. Schönen guten Abend. Und gute Nudel, die beste Nudel. Schönen guten Abend hier. Und Jenny, verabscheue dich nicht. Go good in the dark-Modus. Grüßt'n Mini-Mizzy von uns. Adam. Oh, ich hab'n Adam-Wurm gefunden. Halt mich mit. Es gibt einen Pro-Monat bei Amazon Prime. Dann musst du kündigen, sonst ziehen sie gleich 50 Euro runter. Äh, genau. Das hab' ich nämlich vermutet, Akani. Wenn's darum ging, da muss Skylish dann natürlich aufpassen, wenn's genau darum ging. Dann halt natürlich am besten jetzt sofort kündigen. Dann ist man auf der sicheren Seite. GTA und BF1. Okay. So, ich glaube, wir speichern jetzt hier auch nochmal. Nicht, dass wieder das Spiel mal crasht oder so. Okay, das ist auch noch was. Autohack-Pfeile haben wir alle voll anscheinend. Okay, speichern wir hier nochmal. Ach, schon wieder drei Little Sisters. Na, geil. Eieiei, schon wieder drei Little Sisters. Ich empfehle Amazon Prime Student. Ja gut, klar. Wenn man Studenten schon, dann kostet's dir das erste Jahr gar nichts und das zweite den halben Preis. Ähm, aber du brauchst ja wahrscheinlich eine Matrikelnummer oder so, ne? Followed? Kannst ja nicht einfach sagen, ich kann jetzt ja nicht sagen, ich bin Student. Die wollen ja bestimmt was sehen. Und mein Wort reicht denen bestimmt nicht. Nur eine Unimail-Adresse. Also das heißt, keine Matrikelnummer? Okay. Ja, haben wir dir einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Und Sora, sei gegrüßt. Warum spiele ich eigentlich gerade so vorsichtig? So, wo ist das Bleißer hin? Wo denn? Ja, natürlich. Weiter gibt's hier. Äh, den können wir auf jeden Fall schon mal hängen. Alter. Oh, irgendwo fertig von beschossen. Diese Houdini-Splicer. Also das Amazon, wenn du es nicht behalten willst, auf jeden Fall Skylash. Das würde ich dann sofort kündigen. Weil sonst hast du halt eventuell nach einem Monat halt 50 Euro. Das sollte er natürlich nicht sein. Alter Schwede. Alter Schwede. Wulff. Schönen guten Abend dir und dem Pack vom Dark Souls-Erfolge-Farm, glaube ich, wa? Ihr habt heute Dark Souls gezockt und weiter Erfolge gefarmt. Ich hoffe, ihr hattet Erfolg, alter Schwede. Und Divimon mit einem einfachen Herz. Also ein sehr schönes Divi-Herz ist es. Anni, danke für den Resub. Gerade hier Action. Ich gucke auch gleich nochmal auf den Chat und begrüße alle von euch. Alexander der Große. Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. So, Wulff und Divi. Erstmal haut Herzen für Divi in den Chat. Divi im achten und einfach nur ein Herz. Das gebe ich zurück, Divi. Dankeschön für den Resub, für den Support. Ich hoffe, du bleibst uns weiter erhalten. Hast dir viel Spaß weiter mit Emotes der Community. Und ihr hattet einen schönen Stream. Bei, äh... Banolondo-Ritter-Farm. Oder im NG Plus weiter durch. Wurde, ich weiß es nicht. Und Pada sei gegrüßt. Und Logan McTier sei auch gegrüßt. Schönen guten Abend euch. Wir haben schon hinter uns tatsächlich. Äh, Rife sei gegrüßt. Ich hatte ja auch noch nicht. Apex Predator. Voodoo Gamer Tom. Schönen guten Abend. Seid gegrüßt. Äh, nee, das habe ich schon hinter mir. Wir haben schon Platin direkt bei Release gemacht. Also, nicht bei Release. Aber, als es rausgekommen ist, haben wir, ähm, dreimal durchgespielt. NG, NG Plus, NG Plus Plus. Und haben damit Platin gemacht. Und tatsächlich, das Nervigste war, die Anolondo-Ritter zu farmen. Da saß ich über zwölf Stunden dran. Bis ich alle Ohren gefarmt hatte. Äh, ich hätte ins Essen kotzen können. Und, ähm, das einfache Durchspielen war das Schnellste. Dieses dumme Farmen. Das war das, was extrem war. Achso, ich brauch eine Little Sister natürlich erst. Sonst kann ich hier keinen Adam zapfen. Das wäre nicht falsch. Und, ähm, jetzt hatten wir es vor kurzem nochmal durchgespielt, die PC-Version. Einfach so, just for the lulz und for's DLC. Warte, ich habe übrigens ziemlich geil fand, das DLC. Sehr, sehr geiles DLC. Mh, mach mal auf. Klinifiziere Bio-Scan. Identifiziere Freigabel-Level. Identifiziert. Klinisches Versuchsobjekt. Klassifikation. Protektor. Typenbezeichnung. Delta. Status. Verstorben. Alter, Anni. Fehler. Sekunde. Status wird aktualisiert. Bitte warten. Also. Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich. Delta. Sie spiel. Du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Anni. Du weißt ja, wie es ist. Alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten droppt ein Ohr. Weltweit. Und, ähm, wenn alle 10 Minuten Weltweit ein Ohr droppt, hat genau das Dibi bekommen. Ist natürlich klar, dass wenn Dibi das bekommt, für die anderen nichts mehr übrig bleibt. Oh, da hat der Anni Glück. Während die anderen Pech hatten. Braucht eine andere Waffe, so geht das nicht. Äh, ich habe keine panzerbrechende Munition mehr. Mann, Mann, Mann. Ja. Jetzt konnte ich den Witz nicht flüssig vortragen. Fuck. Witz versaut. Ja. Von daher, alle 10 Minuten weltweit ein Ohr. Das hat Anni bekommen und deswegen blieb keins mit Wolf übrig. So sieht's mal aus. Anni hatte wohl extremes Loot-Glück. Alter Schwede. Die lacke, Anni. Und Mettkanister. Hier auch noch einen schönen guten Abend. Rino, danke für den Haus. Schönen guten Abend hier. Genau, und alle 11 Minuten verliebt sich ein Single auf Barship. Das ist ein Zeichen. So sieht's aus. So, ich kaufe mir erstmal nochmal hier wieder Verbandskästen, die wir jetzt dumm durchgeheizt haben. Oh, Mann. Und wenn Wolf raus, ist hier noch ein schöner Abend. Blackboard, sei gegrüßt. Wobei, okay, es heißt nicht Mettkanister. Wobei, Mettkanister wäre auch cool, weil Mett ist fast so geil wie Bacon. Es heißt, glaube ich, Mett. Ist dann eher, glaube ich, ans Getränk angelehnt. Ach, Anni, Mann. Ja. Mettkanister. Nicht Mettkanister. Wobei Mettkanister auch cool wäre. Sorry, ich hab so ein bisschen... Bin behindert. Ich hab Lesegicht. Tut mir leid. Gerade bei neuen Namen. Da spielt auch ein Rap-Mengs. Wenn Sie das hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Uiuiui. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre, wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind. Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist... Und wie gesagt, ja, da spielt ihr in Rapture, klar. Was ist dieser Moment, wenn jeden Abend die Woche da war? Markus aber einen gegrüßt hat. Ich hab dich gerade gegrüßt, Blackboard. Ich hab gesagt, schönen guten Abend, Blackboard. Haben wir auch hier heute Höllendelay? Ich hab gerade guten Abend gesagt. Und auch hab ich mich schon entschuldigt, dass ich Matt Mett genannt habe. Nein, umgekehrt. Matt Mett genannt habe. Entschuldigung. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus D. Oh, ist ja voll pfiffig. Ist ja voll pfiffig. Willkommen, Gil Alexander. Das hab ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmen-Eigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Kennt ihr das? Ihr wollt unbedingt einen Abend im Stream verbringen. Dann bekommt ihr höllische Kopfschmerzen. Klopfen wir auf Holz, Markus. Äh, ganz, ganz selten. Ich hab alle zwei, drei Monate, als ob ich da so meine Tage kriege, dann mal drei, vier Tage Kopfschmerzen. Und dann hab ich wieder zwei, drei Monate Ruhe. Ich weiß nicht, was da mit meinem Zyklus los ist. Der scheint sich da neu zu sünden. Und dann hab ich auch wirklich mal Kopfschmerzen. Aber sonst hab ich, toi, 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 fast nie Kopfschmerzen. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Weil du gesund bist, ist nur Qual und rein. Nass und Nässe geht's dir rein. Ich hab's für wenig Geld und unglaublich zum Superheld. Ich glaub, ich darf nicht. Und fliegt hier bei Fultein. Na gut. Zugang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Äh, gut? Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Äh, beende Gehilds Kontrolle über die Sicherheit. Achso. Na, warte mal. Da brauch ich mal ganz kurz die Nieten... Nein! Die... Nietenpistole. Nein! Nein! Nein, gar nicht, dass ich nicht hinkomme. Dudes. Ryan ist tot. Er starb durch die Hand seines eigenen Sohnes. Aber viel interessanter ist der innere Zwang, den man seinem Kind einprogrammiert hat. Mit dem Code WDSF. Es war eine Art verbaler Auslöser. Worte, denen der Junge unweigerlich gehorchte. Auf eine gewisse Art hatte dieses traurige Ding, dieser Halbmensch, das selbst überwunden. Wie? Hochintelligent, aber frei von dem sogenannten freien Willen mit all seinen bequemen, blinden Flecken. Was, wenn man ihm befohlen hätte, das Allgemeinwohl zu steigern? Was, wenn er freiwillig gehandelt hätte? Nee, also ich meine, ich hätte Blackboard halt begrüßt, wie gesagt, sorry, wenn nicht. Das ist halt ab einer gewissen Größe schwierig, alles zu sehen. Aber ich denke, ich hätte, hatte es, aber wenn nicht, sei gegrüßt, Blackboard. Wenn deine, äh, wenn deine kleine Helferin beim Sammeln ständig unterbrochen werden, dann sag ihnen mit deinem, was? Fordernder Vaterkund, dass sie sich beeilen sollen. Ah, die sammeln schneller Adam. Mhm. Ich hab nur leider keinen Platz mehr. Ich brauche erstmal, ah, da vorne war doch, war doch hier vorne nicht eine Gendatenbank. Wir rüsten dann nicht aus, wir nehmen es mal mit. Genau. Dann machen wir erstmal Mr. Bubbles und schnappen uns die Sister. Wo ist denn der Mr. Bubbles? Das ist oben, ne? Okay. Speichern. Und dann machen wir den Mr. Bubbles. Markus, would you kindly? Ja, wobei die Frage ist, wofür steht das ab, äh, die Abkürzung? Ich hab gerade auch über, äh, WDS, wärst du so freundlich, ne? W-D-S-F. Genau. Wärst du so freundlich? W-D-S-F. Das ist die Abkürzung, tatsächlich. Hab ich nämlich gerade schon überlegt, holo. Aber das stimmt. Es ist, äh, die deutsche Übersetzung von Would You Kindly. Sehr geil. Wärst du so freundlich? Genau, Sora sagt das auch schon. Speedboy, gleiche grüßt. Äh, wir nehmen tatsächlich die MG. Wir nehmen Telekinese. Wir nehmen Telekinese. Und wir adoptieren die kleine Little Sister. Genau. Perfekt. Äh, gute Munition durch die, äh, geblasen. Hä? Hier stand gerade ich, dass ich noch eine Sister ausbeuten könnte. What's the fuck? Hier war doch gerade das prompt. Jetzt hat das Spiel ein bisschen gebackt. Weil jetzt konnte ich noch nicht mal mehr das Audio-Log vorher spielen. Ach, kacke, Mann. Gut. Gehen wir mal ganz kurz zum Gatherers Garden und geben mal ein bisschen EVE aus. Ah, hier haben wir schon EVE, perfekt. Dann holen wir uns nämlich noch ein paar Tonika-Slots. Äh, Gen-Tonika-Slot. Jawohl, ja. Und da können wir schon mal einen einsetzen. Da nehmen wir dann auf jeden Fall den, äh, fordernden Vater. Kaufen noch einen Gen-Tonika-Slot. Und bauen da dann erstmal den Shorten-Alarms ein und kaufen uns den letzten Tonika-Slot und haben alle. Perfekt. Und da können wir, was weiß ich, den Zehe-Maschinen. So, haben wir denn noch irgendwas, was wir kaufen wollen? Wir haben Abfackeln 3. Das klingt sinnvoll. Dann nehmen wir das schon mal mit. Und er hat 2 gedrückt, heil. Jawohl, ja. Exklusives Feuer aus dem Handgelenk. Ideal, um Gegner mit einem Flammenstoß umzupusten. Wie habt ihr gespielt? Ähm, letztendlich Bioshock. Habt ihr es mit Midi gespielt? Habt ihr euch auf 1plusmeat konzentriert? Habt ihr andere genutzt? Wir hatten im ersten Durchgang waren wir ja mehr oder minder mit der Ranch unterwegs und mit Frost. Und dieses Mal Feuer. Ähm, ich hab gestern schon gelesen, dass die, äh, der Insektenspann ziemlich geil sein soll. Äh, mit Köder hab ich nicht gespielt. Keine Ahnung. Wie hat, womit habt ihr gespielt? Telekinese 2 macht mehr Schaden. Das können wir auch mal mitnehmen. So. Fragen wir nur ganz kurz. Ah ja, da kommt noch was. Ich hab mich nämlich gerade gefragt, ob der Chat kaputt ist. Aber okay, alles okay. Du hast Bioshock gar nicht gespielt. Hat mir vom Gameplay nicht gefallen. Allerdings die Story ist halt echt super. Oh, dir Paul, zeige Grüße. Guten Abend. Äh, Schleicher will ich nicht haben. Elektrohaut. Maschinenknacker. Erhöhnt den Schaden? Nein. Kurzschluss. Deine elektrischen Angriffe habe ich nicht. Hackers Delight. Easy Hack. Den würde ich noch ganz gerne mitnehmen. Und da würde ich dann ganz gerne den reintun. Deine kritischen Treffer bewegen größeren Schaden. Sicherheitslücke. Heimwerker. Eissturm. Scharfer Beobachter. Quick Hack. Verringert den Dauer von Jordan Elektrosturm. Hm, alles nicht so gut. Du kannst eine weitere Eve-Spritze tragen. Dat würde ich noch gerne mitnehmen. Und dat packen wir dann hier rein. Längerer Dreh. Eve-Schoner 2. Oh, dat ist geil. Wurtschluss 2. Ja, den Eve-Schoner nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und den packen wir. Ich weiß nicht, ob es stackt. Trinker. Was war dat? Easy Hack, ne? Hm, dann nehmen wir hier den Easy Hack raus. Gut, und den Rest kaufen wir uns Leben. Alter Schwede gibt's hier mittlerweile viel. Gut. Perfekt. Dann speichern. Dann können wir nämlich gleich abzapfen. Boah. Jawohl, ja. Erstmal wieder ein bisschen Eve besorgen. Äh, ja bitte hier einmal speichern. Dankeschön. So. Du hast Bioshock auch nicht gespielt, sagt Tashok. Insektenschwarm habe ich gern genommen. Assassinen Girl, Insektenschwarm ist insane, sagt der Blackbot. Ja, vielleicht soll ich dann irgendwann nochmal mit Insektenschwarm spielen. Ich war auf Fernkampf, weil Plasmide vernachlässige ich irgendwie immer. Echt, Herr, das? Ich finde, das ist so das Salz in der Suppe bei Bioshock. Oder Kani hat's auch noch nicht gespielt. Fabio, sei gegrüßt. Komm weiter, schönen guten Abend. Ja dann, packen wir mal ganz kurz ähm das Moped aus, nehmen ein Mini-Geschütz, was wir hier zumindest noch als Hilfe haben. Äh, kriege ich mal die falsche Kaste. Nicht Nieten, sondern Mini-Geschütz. Und Bohrer und sammeln. Da ist Teil 3 mault hier, Paul, in den Wolken. Das ist Teil 3. ist mein kleiner Pieps, ein wenig. Aua. Irgendwann schießt hier schon. Ah, Bohrer ist leer. Bohrer ist leer. Kann leider nicht mehr bohren. Die Säge ist nämlich leer. Nein, komm schon, stirbe einfach. Ich hab'n Big Daddy geholt. Wieso das denn? Wo kommt der denn her? Ich hab'n Big Daddy geholt. Wieso? Wo kommt der denn her? Das ist aber jetzt ziemlich, ziemlich scheiße. gut, gut, aber der hält nicht so viel aus. Ne, Waffe? Alter, was geht hier ab? Wo kommt die ganze... was? Ich hab' keine Munition mehr. Alter Schwede! Was ist der fuck, denn hier? Das ist doof. Ich brauch' Ionenschrot oder so. Nein, ich wollte die Schrotfilter haben. Wo ist denn die da? Alter, wo kommen die ganzen Mopeds her? Das ist ja unfucking fasslich. Und auf einmal zwei Big Daddies. Na klar, na klar. So, komm mit, kleines Mädchen. Und G, falls ich dich noch nicht hatte, sei gegrüßt. Schon gut Abend, G. Ich hab' den immer mit dem Bohrer verkloppt, also genau wie ich. Electrovolt bei Fabian. Alles wird durcheinander genutzt. Ist Bioshock ja ganz, äh, nicht ganz, was ist nicht ganz zu ernst? Ja, eben. Also man kann halt gut alles machen. Die Säge ist leer. Ja, da war der Akku leer. Weiß ich nicht, keine Ahnung. War der Bohr-Treibstoff weg. Aber gibt's zumindestens gut hier wieder neues Material. Mal durchgucken. Zweig sei gegrüßt. Hab mir auch einen Modora geholt. Und wer ist dran schuld? Dann bist du schon der Dritte, den ich kenne. Gezi. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, ist ein geiles Spiel. Also mir hat's echt viel Spaß gemacht bis jetzt. Bin gespannt, wie lange es noch geht. Ich schätze immer, wir sind so knapp über die Hälfte. Mal schauen, mal schauen. Wie gesagt, der Keflon hat's auch gespielt und gestreamt. Der Kasudel hat sich's geholt und gestreamt. Und du bist jetzt der Nächste, der sich's holt. Finde ich ziemlich geil. So. Tauben wir uns erstmal wieder die Verbandskästen und ein paar I-Spritzen. Und Bohr-Treibstoff will ich erstmal nicht schrotern, aber auch noch ein bisschen ein Hackpfeil. Da nehmen wir mal einen mit. Ja komm, ein bisschen Bohr-Treibstoff, ganz ein bisschen. So, wollen wir noch mehr I- Oben. Da drüben. Scheint oben. Ah, hier. Okay, hier war I- Gut. Gut. Ich hab's doch nur gehackt. Ah, da kommen wir. Wo kommt der Schaden denn her? Der Schaden, ey. Ich bräuchte irgendwie... Das haben sie aber, glaube ich, in diesem Teil komplett rausgepatcht. Kann das sein. Es gibt kein Crafting mehr. Im ersten Teil gab es ja mehr oder minder noch Crafting, wo du Klamotten sammeln konntest. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr hier drin. Also zumindest haben wir es bis jetzt nicht freigeschaltet. Das Crafting. Ich gehe mal davon aus, es gibt keins. Da konnten wir ja Klamotten dann selber bauen. Wannabe Zocker, danke für den Haus. Sei gegrüßt. Wobei, wo kommt das eigentlich... Wie kam das zustande, der Drakon? Dein Ananas-Kakao. Das klingt ja jetzt nicht nach einer Kombination, die so gängig ist. Wie kam es so auf Ananas-Kakao? Ich würde gerne hier Adam, Adam. Wannabe Zocker-Megels. Gib mir das Kind zurück. Du brauchst mal ein Animal-Austausch. Aua! Nein, 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 nein! Nein, nicht die andere Person. So, der ist weg. Ja, immer auf die Augen. Auf die Augen. Und die Hoden. Das ist meine geheime Taktik. Die Hoden-Schubser-Taktik. Wohin? Die sind alle total gestört. Ey, wo denn? Stirb langsam. Und qualvoll. So wie sie es gehört. Unfasslich. Kommt es in diesem Spiel zu, nix, weil einfach so viel Action mittlerweile drin ist. Zweig ist noch die Pizza. Lass es dir schmecken. Kurz was und ich war betrunken. Ach so, ja, na dann. Mehr muss man nicht wissen. Ja, was im Suff passiert, bleibt im Suff. Kasi, Kuribu, sei gegrüßt. Schönen Abend hier. Danke. Bitte. Jetzt können wir unten noch mal kurz shoppen gehen. Na, war ja unten. So, und da kaufen wir uns noch mal wieder Medi-Packs und Eve-Spritzen. Und ein paar Lebensklamotten. Und zwar noch ein Eve-Upgrade. Ja, dann sind wir schon am Ende. Hypnotisieren. Ich weiß nämlich sonst nicht mehr, was ich einbauen soll. Das ist halt alles mittlerweile nicht mehr ganz so geil. Jut. Äh, kaufen, 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 kaufen. Wo war denn jetzt der Shopper? Der Shopper war auf der anderen Seite, ne? Äh, da, da. Da. Und die Mobs respawnen hier im Gegensatz zum Ersten. Irgendwie hab ich das Gefühl. So. Perfekt. Ja, da ist nämlich schon wieder einer respawned. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Wenn auch n ja, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Ja, wie gesagt, nächste Woche. Also diese Woche Freitag ja noch die BlizzCon. Da könnte ja Richtung, ähm, Diablo-Wat gehen. Müssen wir abwarten. Alternativ, äh, kommt dann nächste Woche Donnerstag die Playstation 4 Pro. Und Freitag kommt dann Dishonored 2. Und da es vorher nicht testbar ist, müssen wir abwarten, ob das Ganze halt übertaut oder nicht. Und danach die Woche kommt, glaube ich, schon, ähm, Watch Dogs 2. Mal gucken, ob es da vorher Tests gibt. Gehe ich komplett falsch? Ich weiß nicht, was immer so viel Schaden hat. Das muss irgendwie der Splicer sein, ey. Irgendwie, irgendwo, mit irgendwas. Leo-Ossi... Ne, Leo heißt es nicht. Le-Ossi-YouTube heißt es, glaube ich. Ach, Bioshock, das war noch Zeit. In Teil 1-Ausgaben habe ich noch mein erstes Letztes auf YouTube geguckt. Ich weiß gar nicht, wie lange das von nun her ist. 2007 um den Dreh. Gehe ich mal von aus. Das ist verdammt lange her. Das stimmt. Und die Zeit rast. Die Zeit rast. Brauchen wir mal noch einen Paketensperger. Und sage Grüß natürlich. Le-Ossi-YouTube. Der erste Watchdog-Teil war von der Story her geil. Von der Mission sehr einfältig. Ich fand den ersten gar nicht gut, Blackboard. Also in keinster Weise. Ich fand ihn einfach nur super langweilig. Also deswegen habe ich ihn auch nicht weitergespielt und abgebrochen. Da habe ich privat eine Stunde gespielt. Und da habe ich gesagt, er hat verkauft ein Spiel. Der Held war mir super unsympathisch. Und die Missionen, wie du schon sagst, waren irgendwie nicht sehr einfallsreich. Konnte mich nicht überzeugen an Spiele. Warte, warte, warte. Habe ich gemacht in Watchdogs 1? Schach gespielt. Ich habe die Schach-Mini-Nebenmission gemacht. Die fand ich gut. Äh, habe ich es jetzt genommen? Bin mir jetzt nicht so sicher. Auf jeden Fall ist es anscheinend weg. Das Einzige, was mich diesen Monat interessiert, ist Sons of Anarchy Ende November. Final Fantasy Dingsbums. Mehr im Moment nicht. Ach ja, da kommt ja auch noch Final Fantasy. Das vergesse ich immer. Das werde ich ja mehr oder minder, ich will jetzt nicht sagen gezwungen spielen. Aber das kriege ich halt von meinen Mods. Und dann muss ich mal reingucken. Und ob es mir dann gefällt. Fuck. Weiß ich nicht. Wo war denn die nächste Bot-Abschaltkiste? Die nächste Bot-Abschaltkiste war da? Ja. Äh, wo? Da hier? Äh, wo? Äh, da nicht. Hier ist nämlich alles unter Strom. Äh, wo ist denn hier bitte der Hebel? Äh, keine Ahnung. Solange wir sie mich nicht sehen, ist alles gut. Watch Dogs 2 wird eher den Hype-Trend von Mr. Robert mitnehmen und eher in die Richtung gehen. Ja, ich fand, Watch Dogs 1 war halt, der hat sich zu ernst genommen. Da war halt nichts Spaßiges bei. Okay, und ich hoffe, dass Watch Dogs 2 sich nicht so ernst nimmt und dann tatsächlich lieber eher, ähm, wie hieß denn das Spiel, was auf der Xbox am Anfang Launch-Titel war? Wo du so rumhüpfen konntest und alles kaputt ballern konntest. Hat sich nicht ernst genommen, an welches Spiel. Äh, wie hieß denn das? Hab den Namen vergessen. Äh. Ich komm nicht auf den Namen. Wie hieß denn das? Kaniks, hilf mir mal, du weißt doch sowas. Dieses bunte Ding. Wenn er so ein, es nimmt sich nicht ernst, Ding ist, einfach Bock, dann ist er, nee, nicht Saints Row. Äh, Xbox One Exclusive. Was? Red Faction? Nee. Das meinet ihr nicht, ich weiß nicht, was Red Faction ist, keine Ahnung. Deadpool, nein, das, was Spike gestreamt hat. Ja, genau, komm weiter, genau das, was Spike gestreamt hat. Exakt. Aber wie hießen ditte? Sunset Overdrive, danke, Sean. Der ist nicht nur Dr. Souls, der ist auch Dr. Spiele. So, Sean, genau, das mein ich. Und ich muss, glaub ich, nach oben, ne? Das, wenn wir in das Spiel sagen. Weil hier ist ja nach oben offen. Aber da komm ich nämlich nicht hoch. Genau, wenn es halt eher wie ein Sunset Overdrive wird, also einfach for the LOL, einfach Spaß haben, dann könnte Watch Dogs geil werden, wenn das halt wieder so ein super schofliger Protagonist ist, der das Leben zu ernst nimmt. Nein! Feuer! Feuer! Dann hab ich da keinen Bock drauf, weil, tatsächlich, wir die Spiele haben für die gute Laune. Und nicht einfach nur, äh, wir müssen alles super dunkel und finster machen. Nee, Saints Row meinte ich nicht, Smoker. Wobei, das ist auch so ein Spiel. Das fand ich halt tatsächlich, ich bin zu Saints Row gekommen, ähm... Weil mir GTA 4 nicht gefallen hat. GTA 4 war mir viel zu ernst. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Delta. Die Zerstörung von Fontaine-Firmen-Eigentum kann mit fristloser Kündigung geahnt werden oder einfacher ausgedrückt. Du bist gefeuert. Gefeuert! Gefeuert! Ja, ist okay. Ich hab schon mal im ersten Mal verstanden, Alex, der Große. Ich bin gefeuert. Ja. Alter, war hier nicht irgendwo so ein Bot abschalten, Moped? Na, ich hänge fest. Angeblich da. Ach, war hier hinten nicht direkt der Hebel? Ich bin auch dumm. Ich weiß genau, was du vorhast. Du bist hinter meinem Job her, stimmt's? Mit deiner Ausbildung? Weißt du, was für eine Sorte Mensch wir in diese Anzüge gesteckt haben, wie du einen trägst, hm? Kriminelle, Delta. So. Du fliegst doch in hohem Bogen aus dem Vorstandszimmer, aus der Stadt! Ähm, nee, äh, zu... Ich glaube, du bist auf der richtigen Spur, doch. Ich würd gern mehr reden. Irgendwelche zweckentfremdeten Signalsender steuern das ganze Sicherheitssystem hier. Finde den Rest und zerstöre sie. Eieiei, nee, äh, Yassi kommt erstmal gut ins Bett, genau dasselbe gilt für Pink Fluffy. Gute Besserung mit den Kopfschmerzen natürlich, ihr beiden kommt gut ins Bett. Erholt euch gut. Ähm, ich bin auf Saints Row gekommen. Ich war GTA-Fan und dann hab ich GTA 4 gespielt. Und dann kam Nico Belletsch. Ja, Krieg in, 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 in Land ist alles scheiße. Ich geh nach Good Old America, baue neues Leben auf, bin an, äh, möchte Friede, Freude, Eierkuchen. Und er wird der größte Banden-Mensch und tötet tausend Menschen. Und du denkst dir nur so, what the fuck. Und das Ganze halt sehr ernst gemacht mit, äh, ich muss mich um meine Freunde kümmern und mit denen Bowlen gehen, Billiard-Spielen gehen und Knicknack nach dem Kaffee trinken. Boah, das ging mir so auf den Sack. Und dann bin ich halt auf Saints Row gekommen. Und das war halt genau das Gegenteil. Das Spiel hat sich nicht ernst genommen und du konntest mit einem Gummi-Dildo irgendwelche Cracknoten verprügeln. Das fand ich lustig. Deswegen mochte ich GTA 4 überhaupt nicht und fand Saints Row gar nicht mal so schlecht, weil es halt sich einfach nicht ernst genommen hat. Das hat halt super Spaß gemacht, das. Äh, hat halt super Spaß gemacht. Was? Kalix rafft Emotes nicht? Slash immer klein und der erste Buchstabe dann immer groß von dem, was kommt. Ja, GTA 5 war dann wieder viel, viel besser, auf jeden Fall. Das hat sich halt nicht ernst genommen. Das war ja mehr oder minder ne, ne absolute Bespitzung, Überzeichnung von verschiedenen Klassen und Rassen. Das war ja auch der Suche nach Eroberungen, Delta. Von Tane, Rott, Vine und jetzt du. Oder ethnischer Herkunft, sagen wir es mal so. Aber jeder möchte gern, Cäsar muss lernen, die Dolche, seine Gefährten zu fürchten. Frage dich, Delta. Was hat Sinclair davon, dass er dich hierher führt? Das war ja so überspitzt. Ich mein, äh, Trevor und, äh, dann halt, äh, Michael und der andere hieß. Da hab ich vergessen, wie der andere hieß. Trevor, Michael und, ja, auf jeden Fall sehr überspitzt, halt immer dargestellt. Fand ich ziemlich cool. So, was müssen wir jetzt machen? Zerstöre den Signalsender. Okay. Gut, hier hinten hatten wir jetzt ja alles genommen, glaube ich. Da war ja nichts mehr. Saints Row war so übertrieben, dass es echt unterhaltsam war. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der einzige Nachteil bei solchen Spielen ist immer, das merkt er jetzt ja auch schon beim Stream, weswegen, ähm, ich tatsächlich solche Spiele nicht unbedingt für mein Stream-Konzept für so vorteilhaft halte. Du hast halt sehr viel Action. Da muss ich auf den Bildschirm gucken. Und wenn mal keine Action ist, hast du irgendwer, wer irgendwelche Story-Dialoge erzählt. Da kann ich auch nicht reden. Das ist halt super nachteilhaft. Deswegen ist halt Souls geil zu spielen. Du kannst halt eben ein bisschen rumhampeln. Und wenn stille ist, ist stille. Und kannst einfach stehen bleiben und dann mal den Chat lesen. Das geht hier halt sehr, sehr schlecht. Weil dann hast du meistens diese Story-Dialoge. Ich würde halt gerne mehr auf den Chat gucken und mit euch quatschen. Nur dann komme ich halt hier überhaupt nicht vorwärts. Oh, ich muss, glaube ich, dann jetzt da lang. Da ist ein Bot-Shot. Gut. Was ist das denn hier? Was war das? Gut, das können wir anscheinend noch nicht nehmen, weil dieses inschabile Ding sich immer durch die Gegend portet. Und wohin jetzt auch immer. Keine Ahnung. Wie komme ich denn hoch? Muss ich wirklich da hinten rum? Hackfeil. Ja, es gibt Hackfeil. Was macht denn jetzt Schaden? Jetzt habe ich daneben geschossen, du. Dieser Verstoß gegen die Vorschriften bringt dir die nächste Kopfnuss ein, Freundchen. Hacken erfolgreich. Schocke ich mich selber, wenn ich im Wasser stehe? Ja. Die Antwort ist ja. Naja, egal. Mietzimatze. Danke für den Haus. Schönen guten Abend dir. Sei gegrüßt. Und scheineinig, sei natürlich auch gegrüßt. Ist dir auch einen wunderbaren guten Abend. Der Bot-Shotdown war da drüben, ne? Hier rausgehen. Gucken wir uns ganz kurz um, bevor ich den Haken hake. Äh, den Haken hake. Ich meine den Alarme auslöse. Jeder in der Plasmid-Branche benötigt letztlich menschliche Testpersonen. Das ist unser schmutziges, kleines Geheimnis. Und offen gestanden, Rapture will es auch gar nicht so genau wissen. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Freiwillige waren dünn gesät, selbst als die Wirtschaft einbrach. Ein Mann namens Sinclair wandte sich an uns. Er hatte scheinbar unbegrenzten Nachschub. Er vermietete die Leute an uns. Gefesselt und zediert. Fragen wurden nicht gestellt. Und Woody fragt, ob ich ab und zu Horrorspiele spiele. Ähm, prinzipiell ja. Aber für meinen Geschmack gibt es wenig Spiele, die mich ansprechen, sage ich mal so. Ich will jetzt nicht sagen gute, weil damit würde ich ja sagen, dass sie schlecht wären. So Dinger, die ihr vielleicht dann gut findet, das meine ich nicht. Ähm, wir haben zum Beispiel Alien Isolation gespielt. Das fand ich großartig. Wenn das als Horrorspiel zählt, ja. Von sowas bitte gerne mehr. Was ich nicht mag, äh, Dings haben wir auch gespielt, ähm, Until Dawn. Äh, was ich nicht mag, sind solche Horrorspiele, die einfach nur Horror durch Splatter machen wollen. Also nach dem Motto, äh, um es mal zu sagen, so was wie Outlands, was mehr oder minder nur darum geht, Horror, Shocker, Splatter, wir schieben irgendwelche super langen Stricknadeln in männliche Genitalien. Äh, nein, sowas bitte nicht. Das interessiert mich nicht, Yvonne. Aber wir müssen halt meinen Geschmack treffen, das Spiel ist. Und dann spiele ich natürlich auch gerne Horror, aber es gibt halt nicht so viel, was mich da halt anspricht. Wie hat, äh, Dead by Daylight oder so, ist ja mit entferntesten auch, wenn ihr so willst, Horror. Äh, interessiert mich nicht, Yvonne. Der Splatter ist doch geil. Äh, wenn es dann ein sinnvoller Splatter ist. Ja, aber meistens ist es ja dann Splatter for the Splatter wegen. Und das finde ich ziemlich langweilig. Soma haben wir gespielt. Ja, lass. Soma haben wir schon im Stream gespielt. Ja, soweit ist okay. Soweit ist okay. Leia Sophia haben wir auch gespielt. Wattrig. Haben wir auch gespielt. Tatsächlich bringt ihr jetzt die Beispiele, die wir schon gespielt haben. Amnesia haben wir noch nicht gespielt. Da weiß ich nicht, das, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, könnte man irgendwann mal machen. Leia Sophia, wie gesagt, haben wir gespielt. Aber fand ich jetzt aber auch nicht so brutal. Also im Sinne von Psycho-Horror. So, wie komme ich denn jetzt noch eine Ebene höher? Ich brauche irgendwas, um höher zu kommen. Wo war denn jetzt eigentlich gerade hier, weil das Loch in der Wand, ne? Das ist die Permanent Rescone. Also hier komme ich nicht weiter. Das können wir ja schon mal ausschließen, oder? Okay, hier komme ich nicht weiter. Weil ich muss ja irgendwie nach oben kommen. Ich weiß nicht wie. Jetzt gibt es hier noch was. Hier gibt es auch nichts. Silent Hill. Ja, Silent Hill habe ich gerne gespielt. Wenn da ein neues kommen würde, also Silent Hill, schräg, 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 pt. Oder das neue Resident Evil, was kommt? Sehr gerne. Sehr gerne. Da habe ich mich sehr gefreut, als es angekündigt wurde. Oder jetzt auch der Kojima-Ding, äh, Death Stranding, glaube ich, war der Trailer, ne? Mit Norman Reedus auf der E3. Ja, gerne. Sowas auf jeden Fall. Sowas auf jeden Fall. So, jetzt muss ich hier irgendwie nach oben kommen. Achso, da liegt noch Geld. Nee, doch nicht. Wie gesagt, Silent Hill habe ich alle Teile schon auf der, auf den alten Konsolen gespielt. Also die Playstation 2, Playstation 3 und wie sie alle heißen. Die fand ich gut. So, jetzt ist das Mopädii. Und wo ist Nu? Hm, okay. Ein wirklich angsteinflößendes Spiel ist Barbies Reiterhof. So scheiß das Game hier bringt, äh, sogar den härtesten Knassenpooler zum Schaudern. Ja, das kann ich, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ich glaube, ich muss hier lang. Oh, das kann ich einnehmen. So, was ist denn da hinter? Gar nichts. Na gut, aber wir sind schon mal da, wo wir schon mal nicht waren. Der Bohrhaben sieht aus wie das Horn eines Einhornes. Der hat das Einhorn, aber einen dicken, ne? Äh, ein dickes, meine ich. Dickes Horn. Ja, ein Megahorn. Ist ja schon eher so ein Rhinozeros-Horn. Mit Bohrkraft 2 bist du der Meister der Midi-Attacken. Ah, okay. Weiß einer zu... Äh, gut. Wird wahrscheinlich keiner wissen. Stacken die Mopeds oder stacken die Mopeds nicht? Weiß das einer? Die... Die... Dinger? Was meint ihr? Stacken die? Weil ich hab jetzt quasi zweimal zum Beispiel hier den EVE-Schoner drin. Und ich könnte jetzt ein zweites Mal die Bohrkraft reintun. Also die Nuller-Version und die Plus-Zweier-Version. Ich hab keine Ahnung, ob die stacken. Oder ob ich damit Platz verschwende. Stacked, glaub ich. Okay. Weil ich weiß es nicht. Sollten stacken. Okay. Na gut, dann muss ich irgendwas anderes reinnehmen. Der Einhorn steht auf Steroide. Ja, wahrscheinlich war es zwei Jahre abstinent und hat deswegen dickes Horn. Ich mein natürlich mit Menschen aufspießen. Oh, das letzte Einhorn. Äh, den müsste ich auch mal wieder gucken. Sehr, sehr geiler Film übrigens. Den fand ich als Kind verstörend. Boah, ey. Der Film war voll traurig. Aber hab ich sehr gerne geguckt, das letzte Einhorn. Äh, was nehm ich denn jetzt raus? Hm. Hm. Nehmen wir das raus. Hackers Delight. So. Und Spike sagt, stacken nicht. Und Drakon sagt, stacken auch nicht. Okay. Also so und so. Jetzt haben wir beide Meinungen. So, hier war doch irgendwo jetzt noch Verbandsgassen, oder? Dankeschön. Die hat keine Ahnung, ob die stacken. Dann muss ich es leider mal ein bisschen umbauen. Und ich hab das nicht mal gemerkt, was? Laut Forum soll es stacken, sagt Blackboard. Okay. Also der split sich zwischen bei Shad. Das seh ich schon. Ich weiß es vielleicht auch nicht. Das, das stellt alles in Frage. Selbst jetzt, als ich diese Aufnahme mache, kann ich es kaum glauben. Die Psychiatrie war immer mein Fach, um das Bewusstsein in all seinen Schichten zu erforschen. Okay. Aber Intelligenz erfordert keine Selbstbeobachtung. Der Sohn Ryans war effektiver als all seine Rivalen mit ihrer Selbstbewusstheit. Er lebte ohne Fragen. Ich könnte das selbst abschaffen. Und die Welt retten. Loki. Ohne Massage. Aber mit Happy End. Geil, dass du weiterhin dabei bist. Auch wenn du unter die Lurker gegangen bist, was völlig okay ist. Danke, dass du mich weiter supportest. Ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß beim Zuschauen mit der Community, dem Lesen, dem Gucken und vielleicht auch die Emotes. Loki, ich sag vielen lieben Dank und die Herzen für dich. Chat, tut was. Das ist euer Part mit den Herzen. Dankeschön. Loki, danke dir. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber ist jetzt auch auf normalen nicht so wichtig. Wenn man es vielleicht schwieriger spielt, dann sollte man ein bisschen mehr Minmaxen. Aber jetzt hier auf unserem Casual Playthrough wäre, glaube ich, eh egal. Und andere. Ente mit dem Ort. Grüße. Danke für den Host. Danke. Wie komme ich denn hier raus? Also. Schwere ich. Dank der neuen, hier bei Fontaine Futuristics entwickelten Plasmid-Technologien ist alles möglich. Die Macht der Götter liegt in ihren Händen. Unsere Eingriffe verlaufen schnell, schmerzfrei und sicher. Oh, danke, Doc. Ich fühle mich großartig. Besser als je zuvor. Wow. Das Spiel sieht aus, als hätte Skyrim Fallout. Hatte die Gefühl, wenn man ein Backarbeiterkind hat. Ja, tatsächlich. Aber es ist sehr, sehr geil von der Atmosphäre. Also gerade der erste Teil, wenn man den halt nicht gespielt hat. Also wäre so auf jeden Fall ein Titel, den ich so empfehlen würde, den man mal nachholen sollte. Ah, hier ist das Ding. Gibt nur leider kein Watts. Das heißt, ich muss hier wieder selber aimen und kann es nicht. Deswegen auch die Mini-Knüppel-Variante. Ach, hier sind wir jetzt wieder hergekommen. Ach, ja, ich see. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Okay, ich dachte, wir wären ganz woanders. Aber nein, wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Hm, jetzt ist die Frage. Komme ich jetzt hier schon irgendwo rein? Kommen wir noch nicht rein. Ja, ja, ist okay. Kommen wir noch nicht rein. Retro-Brund, danke für den Host. Oh man, Blackboard. Hm, wie war das denn? Jetzt haben wir doch alles abgesucht, oder? Wo ist das vierte? Das vierte muss oben sein, aber wie kommt ich nach oben? So, hier war das Plasmid-Labor. Das heißt, wir können uns hier aber nochmal einmal die Eves-Spritze holen. Genau. Gut, jetzt weiß ich nicht wohin. Apropos Holler-Spiele. Äh, Holler. Genau. Apropos Holly-LP-Spiele. Was? All-Time-Variot ist Silent Hill 2. Wer es noch nicht gespielt hat, Horror mag keine Top-Grafik brauchen. Nachholen, unbedingt. Silent Hill auf jeden Fall. Sehr, sehr creepy. Sehr, sehr geil. War neben Resident Evil sehr, sehr lange meine Lieblingsreihe auf der PS2 bzw. PS3. Bis dann Resident Evil 5 kam. Da hat sich die Meinung schlagartig geändert. Äh, dieses Resident Evil 5. Ähm, ja. Äh, falls ihr einen Tipp habt. Werte Community. Werte Chat. Feel free. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich muss nach oben. Dass das letzte Ding oben ist. Ich weiß noch nicht, wie ich hochkomme. Ich glaube, es hat was mit diesem Port-Plus-Me zu tun, was ich aber im Moment nicht einsammeln kann. Weil es immer verschwindet. Dass ich mit dem mich vielleicht dann hochporten könnte. Also entweder hat es damit zu tun, oder ich finde den Weg nicht, um nach oben zu kommen. Äh, weil die Dinger ja hier weg sind. Das ist Port-Plus-Me. Ja, aber das kann ich ja nicht nehmen. Das portet sich ja immer weg. Was muss ich denn damit machen, Hallowed? Verstehe ich es nicht. Wie fange ich denn das ein? Weil das ist ja, es scheint ja jetzt am Endpunkt angekommen zu sein. Und wie gesagt, hier hoch komme ich ja jetzt nicht wirklich weiter, weil hier ist die Brücke ja weg. Hm, gute Frage. Weiß noch jemand, was hat einen Tipp? Das ist das Beat, führt dich die ganze Zeit durchs Level. Ja, aber es bleibt jetzt ja hier. Es kommt ja nicht wieder zurück, oder? Äh, was? Eins, zwei, fünf, vier. Was? Verkaufsexperte 2, ja, da nehme ich den ersten raus. Wo bin ich denn nun gelandet? Keine Ahnung. Äh. Also wir haben einen Code bekommen. Wir sind jetzt wo? Wo? Irgendwo komplett anders. Wo immer wir jetzt auch sind. Okay. Reptile, sei gerüchig. Ich habe jetzt keinen Plan, wo wir sind, aber wir gucken einfach mal. Ei, 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 ei. So, was hatten wir da unten? Ah, hier ist eine Vita-Chamber. Ah, ei, ei, ei. Lowlife, hatte ich dich? Sei gegrüßt. Das Abi muss man zwangsweise französisch machen. Ja, gut. Da war zu meiner Zeit anders. Die Diskussion hatten wir schon mal. Ähm, zu meiner Zeit glücklicherweise nicht. Das heißt, ich musste weder Englisch noch eine andere Fremdsprache mit ins Abi nehmen. Ich habe tatsächlich Abi gemacht vor 16 Jahren. Und habe tatsächlich, äh, Deutsch- und Sozialwissenschaften gehabt. Als Leistungskurs und als Grundkurs drittes Fach Mathe und viertes mündliche Fach Biologie. Damit ich mal lernen konnte, wie man sich vermehrt. Und das waren meine vier Abi-Fächer. Das heißt, ich habe weder Englisch noch Französisch, also Französisch hatte ich gar nicht, hatte Latein als zweite Fremdsprache. Aber keines davon im Abi. Und auch irgendwann abgewählt gehabt. So, und haben wir hier sonst noch? Warte in den Raum mit den zwei Treppen, wenn du reingehst, mal immer nach rechts. Weif. Doch, aber ich bin jetzt auch ganz woanders gerade, glaube ich. Ne, ich bin nicht ganz woanders. Ich bin nur wieder am Anfang. Ah, habe ich jetzt hier den Code. Ja, den habe ich jetzt, den Code. Aber da komme ich nicht dran, weil das Ding Passwort geschützt ist. Genau. Ergo sagt mir das Moped jetzt aber, wo ich hin soll. Dann hängen wir das Moped jetzt. Weg! So, bevor ich jetzt reingehe, machen wir nochmal das Spielspaar speichern. Nicht, dass das Spiel jetzt irgendwie wieder abgrippt. Dankeschön. Ah, ich wünsche, ich könnte einfach die drei Jahre bis zum Abi überspringen. Jetzt müsste ich aber fragen, warum Lowlife? Warum? Also, ich kann ja jetzt sagen, meine Schulzeit ist 16 Jahre her. Und während der Schulzeit habe ich die Schulzeit gehasst. Aber im Nachhinein, es geht nichts über die Schulzeit. Du hast so viel Freizeit. Gerade wenn du jetzt vielleicht gerade das jetzt gesagt hast, weil du dich unterfordert fühlst und meinst, du könntest jetzt schon Abi machen. Dann genieß die Zeit einfach. So viel Freizeit wirst du im Leben nie wieder haben wie zur Schulzeit. Sei es mit Ferien, sei es mit Nicht-Lernphasen. Das ist halt so super chillig. Und alles danach wird nur anstrengender. Aber ich kann das Ding nicht nehmen. Super cool. Also, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Freizeit ich im Studium habe. Gut, gibt es zwei Möglichkeiten, Dragon. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist so ein Student wie ich. Ich habe mehr oder minder zwei Semester Billiard gespielt mit einem Billiard-Diplom. Und habe das Schulium nach dem Vordiplom irgendwann abgebrochen. Ich hatte viel Freizeit, aber keinen Abschluss. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Du bist ein Überflieger wie Sheldon Cooper. Dann hast du wahrscheinlich auch viel Freizeit, weil du einfach sehr, sehr intelligent bist und dir dazufliegt. Solche Menschen soll es geben. Aber für den normalen Menschen, der weder Typ A noch Typ B ist, heißt Studium tatsächlich lernen, hinsetzen, büffeln und wirklich wenig Freizeit haben. Wenn du halt nicht zu Typ A und B gehörst und trotzdem Abschluss schaffen willst. Ebenfalls, damit ich zu dem Punkt springen kann, wo ich jetzt eine schöne Erinnerung ist und ich nicht die harte Gegenwart. Ja, okay. Okay. Logical Gewinn kommt gut ins Bett. 5, 2, 5, 4. 5, 2, 5, 4. Ja, ich kann mal das nicht aus, ob das mieten. Vorsichtiger Hacker. Brauchen wir nicht. Gehen wir mit, aber brauchen wir nicht wirklich. Ja, genau, Blackboard. Genau, vielleicht auch gerade genau deshalb. Studium ist reinste Selbstdisziplin. Also, mehr oder minder lernst du im Studium dich selbst kennen. Das heißt, du musst fähig sein, dich zu disziplinieren, Lerngruppen zu bilden, den Stoff, den die Professoren, die einfach darbieten. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, als ich studiert habe, war es tatsächlich so. Guten Tag, werte Studenten. Willkommen in meiner Vorlesung. Ich habe ein Buch geschrieben. Dieses Buch kaufen Sie sich am besten, denn aus diesem Buch besteht mein Lehrplan. Und der Lehrplan bestand wirklich darin, er schlägt das Buch auf und liest Seite 1. Schreibt die Formeln dran. In Klammern, ich habe Elektrotechnik studiert. Äh, Seite 2. Lies das Buch vor, schreibt die Formeln an die Wand. Im Endeffekt musstest du überhaupt nicht hingehen. Du brauchst es nur ein Buch lesen, verstehen und in die Übungsgruppen zu gehen. Ähm, das ist halt Studium. Das ist halt sehr viel Eigenorganisation und Initiative, weil tatsächlich zumindest damals, als ich studiert habe, der... Naja, naja, ich sage mal nix zu. Sag ich mal nix zu. Ist halt nicht wie Schule. Ragi-Nator sei gegrüßt. Wunderbar, hier. Noch vier Wochen bis zur Prüfung. Ja, dann büffeln und bestehen, Ragi-Nator. Ragi-Nator. Aua. Oh, ich hab ihn kaputt gemacht. Hm, okay. Oh. Hä? Ach, hier war gerade ein Vorhang oder so, ne? Äh, ich war hier nochmal. Das sieht ja schon ein bisschen nach dem Boss-Battle aus. Buchen, sei gegrüßt. Guten Abend. Und ich liebe diese Selbstständigkeit. Ja, aber die liegt nicht jedem. Die liegt nicht jedem. Ähm, Dracon. Die liegt halt nicht jedem. Teil, äh, also mir tatsächlich auch nicht, weil die... ...verführt halt dazu tatsächlich zur Selbstüberschätzung. Ja, ja, kann ich schon. Hm, hm, läuft, läuft. Muss ich nicht. Kann ich. Am Arsch kann ich. Und Tanja hat hier auch einen schönen Abend. Studium, auch wenn ich abgeschlossen war, wesentlich angenehmer als Schule. Einfach, weil man annähernd das macht, was man möchte. Auch wenn das nicht für alle Fächer zutrifft. Ja, dat ist es zum Beispiel schon. Dat ist es zum Beispiel schon. Ähm. Du hast halt immer im Studium auch die Pflichtfächer, die dich halt vielleicht nicht so interessieren. Die dir halt schwerer fallen. Ladies and Gentlemen. Von Tame Futuristics lädt sie ein, ihre Skepsis abzulegen. Ihre Erwartungen zu steigern und ihre Zweifel zu zerstreuen. Denn wir präsentieren ihnen die revolutionäre Kraft unserer Plasmid-Serie zur Heimatverteidigung. Mhm. Darf ich um einen Freiwilligen aus dem Publikum bitten? Nur zu, nicht zu schüchtern. Wie wär's mit Ihnen, Sir? Nein, der will uns verrecken nicht. Ohoho. Ohoho. Nur eine einzige Freiwillige? Was ist, Gentlemen? Die Dame ist doch furchtbar einsam. So allein hier oben. Kommen Sie herunter. Sie alle. Drael, überdienen sie zu schüchtern. Dramatisch. 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 Ich erwischt, hab ich mich nochmal erwischt. Gab's nicht nur eine Ipschrutze? Ne, glaub ich nicht, ne? Siegen! Du bist immer noch ein Sieger Typ, Delta. Ohne dich war die Tour nur noch die Hälfte wert. Wenn man bedenkt, dass du so hochgespleist warst, dass du kaum stehen konntest, als wir dich in diesen Aufzug gesteckt haben. Die Fontaine-Betriebsrente ist dir so gut wie sicher, mein Junge. Will er hoffen? Geh er hier durch die Hölle? Oh Mann, ey. So, wo war ich stehen geblieben? Kalix spielt Paragon, alter Schwede. Da hat er sich auch ein Spiel ausgesucht. Naja, gut, jeder spielt, was er will. Wer weiß, vielleicht hört man dann genau dasselbe von mir nach zwei Semestern und ich fliege sehr auf die Nase. Kann ja gut passieren. Nur hoffentlich wird das nicht passieren. Nein, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, das war nur meine Erfahrung, die ich mit dem Studium gemacht habe. Und das war halt jetzt nicht die beste, weil sonst wäre ich vielleicht, äh, weiß ich nicht, renommierter Elektrotechniker in irgendeiner Firma oder so, keine Ahnung. Aber ich bin halt froh, so wie es ist. Ich sag nur, dass es halt nicht unbedingt, so wie ich es gemacht habe, gut war für mich. Weil ich ja nicht zum Erfolg gekommen bin. Und, ähm, mir das nicht unbedingt gelegen hat. Kann das nicht tun. Kann das nicht vorgehen? Jetzt könnten wir nochmal hinten.. Und... Also, gerendet halt... Ich bin nicht. Also, wer das.. Bitter wird das nicht her, als wir wollen. Verhandlungstellerinnen. Genau. Nämlich. Endlich Ruhe im Hof. Ja, haben wir den komischen Knatterbotter abgeschaltet. Was studierst du denn? Ich studiere gar nicht, Beludi. Ich studiere gar nicht. Ich habe studiert. Ich habe Elektrotechnik studiert. Habe aber nach dem Vordiplom aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Im Endeffekt, irgendwann saß ich abends halt und habe für eine Prüfung gelernt. Und irgendwie sind wir dann durch den Kopf geschossen nach dem Motto. War für die Elektrotechnik-Prüfung. Es ging halt darum, irgendwelche Elektronenbahnen auf irgendwelchen kluge, förmlichen Körpern zu berechnen. Und ich habe mich gefragt, what the fuck machst du da? Und mir wurde ziemlich schlagartig klar, was ich da mache, könnte ich auch eventuell später dann in meinem Job machen. Und dass ich da überhaupt gar keine Lust zu habe, irgendwelche abgespaced Klabotten zu berechnen. Die du so im Normalleben niemals brauchen wirst. Und dann habe ich es sein lassen. Dann habe ich halt eine Ausbildung zum Redakteur gemacht. Und bin halt freiberuflicher Redakteur. Das heißt, das Studium hat nicht abgeschlossen. Warum haben wir Munition? Eigentlich nicht, ne? Waren wir hier schon auf dem Pott? Ne, wir waren hier noch nicht auf dem Pott. Ja, weiß ich nicht. Mir lag das Kreative tatsächlich mehr als das, nennen wir es mal, wissenschaftlich-analytische. Von daher anfänge ich wohl aufs falsche Studium gesetzt. Whatever. No offense, aber es sieht nicht wie ein Student aus. Ja, ich weiß, wenn ich mit 37 noch studieren würde, Lowlife, da hätte ich im Leben, glaube ich, echt Lowlife gehabt. Da wäre ich ein Lowlifer. Also tatsächlich, dann hätte ich wirklich was falsch gemacht. Wenn ich mit 37 jetzt noch sagen würde, ja, ich bin noch der Hipster-Student. Nein, ich glaube, dann hätte ich grundlegend was falsch gemacht. So, dann, äh, Mietenpistole. Äh, nein. Rückstoß. Nein. Hab Hundenzoom. Schaden. Schrotflinte. Hm, brauchen wir nicht. Ladestreifen für Granatwerfer. Immunität für einen Granatwerfer-Schaden. Also mich selber nicht wegbomben. Ich glaube, wir nehmen den Harpunenschaden. Dann haben wir nämlich da auch nochmal den Schaden mitgenommen. Schrotzfeiert. Wieso? Nö, ich habe ja nur gesagt, dass ich da was falsch gemacht hätte. Ich muss davon ausgehen, dass Sie nunmehr willens sind, mir zu helfen, mein Leben zu beenden. Im Gegenzug stelle ich Ihnen eine freundlich gesinnte Sicherheitseskorte. Ach. Hier drin gibt es einen Schalter, der Ihnen Zutritt zu den wirklichen Laboratorien verschafft, wo, wo das auf Sie wartet, was von mir übrig ist. Bitte, betätigen Sie ihn. Ja, tatsächlich, die Geschichte ist tatsächlich ein bisschen, da hast du recht, der Schritt vom naturwissenschaftlichen, harten Rechnerischen zum freien Künstlerischen. Ich hatte tatsächlich ja im Abitur, habe ich ja gerade gesagt, Mathe als drittes Abifach und die ersten beiden Leistungskurse waren Deutsch, also mit Texten arbeiten, was ich ja danach jetzt auch beruflich gemacht habe. Und, ähm, Sozialwissenschaften, also Politik und Soziologie. Äh, dass ich das Studium gewählt habe, war irgendwie eine irrwitzige Idee. Ich weiß gar nicht, warum ich das gewählt habe. Zu dem Zeitpunkt wurden händeringend Ingenieure gesucht. Ich hätte liebend gerne was in Richtung, äh, tatsächlich Politik, Soziologie oder vielleicht sogar Deutsch gemacht. Das Problem war, zu dem Zeitpunkt war, wenn du das studierst, wirst du Taxi-Fahrer. Also, das heißt, das studiert jeder. Du hattest halt einen ziemlich hohen NC drauf. Und, wenn du fertig wirst und das nicht gerade mit 1,0 in drei Jahren abschließt, hast du keine Jobchancen. Und es wurden händeringend Ingenieure gesucht und ich hatte Mathe als drittes Abifach und habe mir gedacht, Mathe ist eigentlich ganz cool. Machst du das mal? Ja, und bis zum Vordiplom hat es dann halt gepasst und da habe ich gesagt, ne, komm, lass es. Und dann bin ich halt zurück zu dem, was ich eigentlich schon in der Schule mochte. Halt arbeiten mit Texten, ähm, und eben Deutsch und Schreiben und was Kreatives machen. Also, im Endeffekt ursprünglich kam ich von da, bin nur abgebogen auf das Rechnerische und das war halt dumm. Naja, egal. Ähm, ja, ich speichere nochmal und ziehe damit den Hebel. Abfackeln, aufladen, ja, ich glaube, das kann ich mit L2, ne? Habe ich noch nie gemacht, da hast du recht, Raginator. 37 Studenten, dreimal im Kindergarten sitzen geblieben, ja. Aber dafür kann ich meinen Namen singen, klatschen und tanzen. So, oh, was, kann nicht jeder. Gut, Sessa, komm, mir bekannt worden dieses, dann werd doch Ingenieur. Ja, genau. Genau. Wenn, ne, nix mehr geht, machst du das halt. Aquacare sei gegrüßt. Oh, ich kann damit sogar rumfackeln. Also, das war jetzt gehalten und nicht losgelassen. Dann mach ich so einen komischen Strahl. Zu küssen. Und, ähm. Ja, mein Papa hatte eine ähnliche technische Klamotte. Der ist halt, äh, im Chemiebereich gewesen. Chemie-Facharbeiter. Und, da war er halt naheliegend, dass er halt gesagt hat, ich mach doch auch irgendwas in der Richtung. Und mir lag halt Chemie und Physik an sich, ja, Physik schon eher halt Chemie. Chemie lag mir halt nicht. Ähm, deswegen war er halt eher in Richtung, äh, Elektrotechnik statt irgendwas in Richtung, äh, Chemie oder Biologie. Und ich muss schon wieder nach oben, ey. Dieses Spiel trollt mich doch. Geh zum Plasmid-Labor. Ja, würde ich gerne. Wenn ich wüsste, wie ich da hochkomme. Jetzt bin ich wieder in derselben Situation wie gerade. What the fuck, man. Äh, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Okay, da ist schon mal ein Fortschritt. Wenn ich einen kleinen Schritt näher dran bin, ihn in seinem eigenen Spiel zu schlagen. Aber jetzt ändern sich die Spielregeln. Reins Jungs treten mir die Tür ein und denken, sie könnten mir wegnehmen, was mir gehört und mich in den Rennstein werfen. Sie kommen zu mir und erwarten eine Mordsshow. Aber sie werden nur erleben, wie jemand verschwindet. Auf Wiedersehen von Tane. Ja, ich würde dem Pfeil ja gerne folgen. Und hallo, Atlas. Aber der Pfeil dreht sich genau hier wie ein Brummskreisel. Es gibt halt kein hier. Weil das hier ist dort. Und das dort ist nicht da. Verstehste? Das ist anormal. Geht nicht. Stream eigentlich meine Haupteinnahmequelle. Nein, nein. Nein, Beludi. Ich bin kein Vollzeit-Streamer. Es ist mittlerweile ein Teil meiner Freiberuflichkeit. Also, ich bin Freiberufler, gelernter Redakteur, war vier Jahre für die PC Games halt zuständig. Beziehungsweise habe ich für die gearbeitet. Zuständig klingt schon... Nee, zuständig ist falsch. Ich war nicht für sie zuständig. Ich habe für sie gearbeitet vier Jahre. Und habe mich dann halt freiberuflich selbstständig gemacht. Und mache verschiedene Sachen im Bereich Text, Videos, Synchro von Videos. Und mittlerweile, weil ich es halt so viel mache, ist halt Twitch ein Teil davon mit den Einnahmen. Aber der könnte es alleine bei Weitem nicht decken im Moment. Mag sein, dass das vielleicht in ein, zwei, drei Jahren der Fall ist. Wenn er so weiter wächst wie in den letzten Wochen und Monaten. Aber im Moment ist es halt ein Zubrot. Ein Teil der Selbstständigkeit. Und wir... Ich stream ja auch nur Teilzeitstunden. Also ist ja ferner vom Vollzeitjob. Ja, die stream halt... Keine Ahnung. 20, 25 Stunden die Woche. Das kannst du halt nicht Vollzeit nennen. Das wird halt nicht vorn und hinten reichen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Chat, helft mir. Ich habe keine Ahnung. Wir waren hier schon überall. Was habe ich jetzt eigentlich da genau deaktiviert gerade an dem Ding? Ich sollte mich mehr konzentrieren und nicht über Elektrotechnik reden. Das ist halt auch doof. Du kannst dich hier nicht umgucken, weil jedes Mal hier diese Möpfe kommen. Ne, da will ich nicht hin. Ich würde so einen anderen Automaten. Mann, Mann, Mann. Stop it! Es ist schon wieder... Sie verarschen mich doch. Was ist denn hier los? Hier ist der Krieg. Hier ist wirklich Krieg. Alter Schwede, hier ist Krieg. Mit streaming sein Lebensumdienst zu beschreiben ist eh richtig, ob man das kann. Ja, aber Drakonen. Ich meine, das ist Selbstständigkeit immer. Also, das zu sagen ist mehr oder minder auch das, was normalerweise die Eltern immer sagen. Das ist riskant. Das ist aber genauso, wenn du eine Kneipe aufmachst oder eine Eisdiele. Das kann gut gehen, wenn du eine gute Lage und ein gutes Konzept hast. Das kann aber genauso gut auch nach hinten losgehen. Das kann man halt nicht wissen. Wer es nicht riskiert, wird es nicht herausfinden. Natürlich sage ich jetzt nicht, jeder, der jetzt darüber nachdenkt, morgen mit dem Stream anzufangen, macht euch sofort zum Vollzeit-Streamer. Nee, das würde ich nur nicht empfehlen. Aha, der große Hacker. Ich habe gar nichts gemacht. Geh einfach raus, Lass. So schwer ist das nicht. Ja, woraus? Woraus? Wenn ich wüsste, wo der Ausgang hier ist. Ach, da raus. Ah, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Alter Schwede. Ich war darauf fokussiert, nach oben zu kommen. Nicht rauszukommen. Alter Schwede. Ja, okay. Das klingt sinnvoll. Ei, ei, ei. Das ist ein Kriegsgebiet. Ja, ein verdammtes Krisengebiet. Ja, und aus der Karte werde ich nicht schlau. Vor allem mit der wahnsinnigen Mops-Geschwindigkeit, die sich hier dreht. Warte mal, ich speichere mal bevor das Ding mit Absturz beim Zonen. Super McNasty, sei gegrüßt. Nee, also wie gesagt, ähm, was ich halt sagen würde, tatsächlich Studium, Ausbildung, nebenbei halt streamen. Und wenn es dann irgendwann klappt, als Teilzeit arbeiten, Teilzeit streamen und dann irgendwann umzustellen auf Vollzeit streamen. Aber ich würde jetzt halt nicht sagen, Abitur, Vollzeit streamer. Ich habe aber noch nie gestreamt. Das ist dann ein bisschen schwierig, glaube ich. Das würde ich auch keinen empfehlen. PC Games war doch bestimmt ein geiler Job. Hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht. Aber wie alles halt auch anstrengend. Und wenn er halt tatsächlich irgendwann beruflich Spiele spielen muss, die du nicht unbedingt spielen willst, ist es tatsächlich mehr ein Job als ein Traumjob. Das kommt halt eben dazu. Alles, was halt irgendwann eine Pflicht wird, kann anstrengend werden. Hast du einen Mops als Hund oder woher kommt der Mops immer? Na ja, Möpse halt. Andere Möpse wolltest du wirklich nicht zulassen. Ich weiß nicht warum. Deswegen haben wir die Möpse. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxyfield Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Das ist geil, ich gucke mir jetzt weg. Wenn Nam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Nee, nee, Mops hatte ich nicht. Wir hatten ein Schnauzeralshund. Ein Mittelschnauzer, um genau zu sein. In Pfeffer und Salz. Aber der lebt schon lange nicht mehr. Also ich seh gar nichts hier. Ist einfach nur schwarz. Okay. Ich seh wirklich nicht viel. Speichern. Und noch eine Little Sister haben wir hier übrig. Diese X-Com-Mission ist nun aber wirklich die letzte für heute. X-Com übrigens kriegt auch PS4 Pro Support. X-Com 2. Ich wollte einen Hund, aber Vermieter sagt nein. Nein, ist das gesetzlich mittlerweile ausgehebelt, Kaza? Offiziell wohnen wir nämlich auch im Haus, wo es keine Hunde erlaubt sind, laut Vermieter. Aber ich glaube, das wurde doch gesetzlich gekippt. Das ist doch gar nicht rechtens. Also da kannst du dich gerne mal informieren. Also wenn ihr nicht die Nachbarn auf den Sack dann gehen deswegen. Der Vermieter, glaube ich, kann dann nicht mehr viel machen. Aber wie ihr seid, ist jetzt mehr oder höher und sagen, ich bin kein Anwalt oder so. Hypnotischer Popel. Ah ja, okay, ich hab auch hypnotische Popel. Sie sind voll hypnotisierend. Deswegen ist der Finger auch immer in der Nase, wenn der Stream aus ist. Die hypnotisierte Kraft der Popel. Gibt's doch bestimmt auch was von Ratio-Farm. Der Streamer Ponyhof hat sich über Jahre gebraucht, um einen solchen großen Streamer jetzt aufzubauen. Im Schnitt nur ein bisschen Kavior. Das geht nicht sofort. Man muss sich entwickeln und hat am besten schon komplett eure Studium-Ausbildung in der Hintern. Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich, Ness. Auf jeden Fall. Streamen ist kein Sprint. Streamen ist kein Sprint. Streamen ist ein Marathon. Du brauchst halt sehr viel Glück dabei auch. Weil, ähm... Du kannst der Beste sein, wenn's keiner sieht. Dann weiß es keiner. Und das dauert halt. Du brauchst halt Glück. Du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Mal das richtige Spiel spielen. Vielleicht mal den richtigen Host kriegen. Dass der, äh... Der Größere dich halt tatsächlich auch mal hostet oder pusht. Das sind so viele Faktoren, die da halt dazukommen. Und das dauert halt. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen sie die Schalter und betätigen sie sie. Kommen sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Oh Gott, an das Level erinnere ich mich gerade noch, dass ich das nicht mochte. Weil, äh, so dunkel. Genau. Äh, ja, zum Beispiel das DS1-Ding. Tatsächlich, holo. Ohne Witz. Das war für mich, auch wenn's jetzt nur ein kleiner Erfolg war, für mich war's ein Riesenerfolg auf YouTube. Weißt du, du machst halt deine Videos auf YouTube und hast drei, vier Aufrufe. Und dann machst du auf einmal ein Projekt und auf einmal hast du hundert. Tausend. Und teilweise bei Dark Souls sogar jetzt ohne hatte dicker Denkling soll zehntausende. Und, what the fuck. Das war halt einfach nur Glück. Das wusste ich vorher nicht. Das war einfach Zufall. Weil ich's halt zu dem Zeitpunkt gerne gespielt habe. Und wie gesagt, das meine ich halt mit Glück. Das kannst du halt nicht vorher predikten. Hello, Ossi. Ja, klar. Wie gesagt, äh, muss auch nicht unbedingt wrong sein. Funk würde auch reichen. Den nehm ich auch. Grüße an Erik und Max gehen raus. Hab auch beide gefollowed. So ist nicht. Nein, aber tatsächlich, ähm, ich bin absolut zufrieden, so wie es läuft. Wir haben einen kleinen, aber stetigen Wachstum in der Community. Es kommen immer wieder coole neue Leute dazu. Dankeschön dafür. Und, äh, wir, ich, dass wir die 250 geknackt haben, ey, das, das war ein kühnster Traum. Und das war jetzt mehr oder minder, ob wir wollen oder nicht, schon mehr so auf, auf die 500 langsam hinarbeiten. Alter, da, da hab ich noch nicht mal im Traum dran geträumt. Äh, ach so. Okay. Und von daher, ich bin super zufrieden. Also, ich hab einen Kumpel, der heißt Donald Trump. Nee. Nee. Da, da, da kann ich ja nie wieder streamen. Da muss ich ja mein Gehirn an der Kasse abgeben. Oh, ich hab Donald Trump geflamed. Upsi. Nee. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich halt zum Beispiel nie machen würde. Und nicht nur würde, sondern was ich bis jetzt nicht gemacht habe und auch nicht machen möchte. Äh, ich möchte mich nicht einfach, sag ich mal, so hart wie das jetzt klingt, ich möchte mich nicht einfach prostituieren. Und einfach für den Erfolg irgendwas machen, was ich gar nicht machen will. Und das zum Beispiel jetzt einfach, was man so schön auf Neudeutsch Collapse nennt, mit irgendwelchen Größeren. Die ich überhaupt nicht mit dem Popo angucken würde, weil es einfach nicht meine Typen sind. Und einfach dann mich anzubiedern und zu sagen, ey, ich bin ein größter Fan, lass uns was zusammen machen. Äh, für das Erfolg ist wegen, in Klammern, was man natürlich nie sagt. Nur um dann halt Abonnenten und Follower abzugreifen. Oh, das würde ich nie machen. Von daher, ich mach's so gut es alles geht immer solo. Und da komm ich nicht durch. Werd, ich weiß, das ist teilweise für meine Zuschauer und für euch ein bisschen doof, dass ich halt so viele Singleplayer spiele und keine Multiplayer spiele. Aber ich bin da halt kein Fan von. Werd, und deswegen kann ich da auch nicht mit anderen zusammenspielen, weil ich da nicht so Fan von bin. Und ich such diesen Kackschalter. Ah, Road to 500, genau. Akani ist der 500-Zap-Beauftragte. Macht ihn irgendwann arbeitslos. Genau. Oh Mann, ey. Und dann kommt ein kleines Mädel, schminkt sich auf Wu's bezahlten Beruf und Wu's hat eine Million Klicks. Ja, das ist halt so. Machen wir uns nix vor. Ich denke mal, hier die Community nennt bitte kein Alter. Wir sind alle ein bisschen älter. Aber was ist denn? Wen ziehen denn die Leute an? Ich mein, guck dir einfach mal den Chat von Tiramisu. Miramisu, ja, weißt du schon, die italienisch-Flotte mit ihren, weißt du schon, mit den Argumenten. Den Chat kannst du nicht lesen. Die liest ihn ja selber nicht. Das ist halt einfach ein Möpse-Chat. Das sind halt Leute, die wollen Möpse sehen. Was spielt sie denn? Hab ich nicht gesehen, aber ich hab nur Brüste gesehen. Als ich ihn geguckt hab. Und, äh, keine Ahnung. Ne, das ist auch nix für mich. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstsein sind nicht das gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Und dann, sagte Sophia, würde endlich, endlich Utopia folgen. Äh, erstmal, danke Aquager. Klar, werde ich weitermachen. Ich werde halt meinen Weg weiterverfolgen und mich danach die Möglichkeit nicht verbiegen. Und warum Multiplayer? Na, weil ich halt schon ganz gerne mit euch halt mal was spielen wollen würde. Man sieht halt schon, dass die Leute Bock drauf haben, die im Chat dabei sind, halt mal ein bisschen mehr zu machen, als nur zuzuschauen. Sieht man halt, wenn ich mal Dark Souls spiele, mit den Beschwörungen bei den Bossen. Da sind halt immer Leute dabei und mehr, als ich mitnehmen kann. Ich spiele aber leider kein Battlefield oder Call of Duty, wo halt, wie viele spielen da? Zwölf gegen zwölf? Ich hab keine Ahnung. Wo halt direkt mal 23 Leute aus der Community halt mit dabei sein könnten. Das kann ich halt leider nicht, weil ich Sank nicht spiele. Und das ist halt das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Und so kannst du halt sagen, ja komm, wir machen halt eine Session GTA, Call of Duty, Rocket League und die Leute sind halt mit dabei und haben halt Bock drauf. Müssen ja nicht die zwölfjährigen Kids halt sein, sondern halt eben ihr, die im Chat dabei seid. Und wie hat das mich aber leider halt nicht so interessiert, gibt's dann halt so wenig. Wir hatten schon mal ein kleines Rocket League Game für zwei, drei Stunden. Das war auch witzig, aber das könnte ich nicht jeden Tag machen. Wenn man Hasimar im Stream sieht, ist es zu spät für Markus und es fliegt eine Bratwanne. Ja. Oder WoW. WoW, ganz böse, ganz böse. Naja, da muss ich Knöpfe knöpfen. Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe. Ein williges Subjekt. Also, mich. Also, ich muss ehrlich sagen, dass ich froh bin, dass die Community hier vielleicht nicht die Größte ist, aber dennoch eine Erwachsene mit einer gewissen Reife. Was in meinen Augen auch Hauptbestandteil der so gut funktionierenden Harmonie fungiert. Klasse. Dankeschön. Diesmal ohne Krawall, Victor. Sehr geil. Ne, finde ich auch. Das macht es mir auch sehr angenehm für euch halt immer wieder zu streamen. Gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er isst jetzt alles, was ich will. Ich habe ihnen eine Probe hinterlassen, damit sie wissen, wonach sie suchen müssen. Okay. Oh. Achtung. Okay. Nein, nein, meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter. Ähm. Fängt ja gut an. Aua. Sekunde, ich muss einmal ganz kurz hier die Big Daddys wegmachen, sonst haben wir gleich ein Big Daddy-Problem. Ähm. Hapune. Danke schön. So. Ähm. Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamp ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Guild da drin. Aber da... Kein Leben mehr. Ich habe alles. Feier nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Ähm. Das war zum Beispiel allein, als ich hier angefangen habe auf Twitch. Das war halt ein Unterschied zu damals YouTube wie Tag und Nacht. Ich hatte wie gesagt ja von Stream überhaupt keine Ahnung, als ich die ersten Streams gemacht habe. Und wie herzlich ich hier auf Twitch empfangen worden bin von den Leuten, worum sich dann die Community gebildet hat. Jetzt krasses Gegenteil ist halt YouTube mittlerweile. Auf YouTube ist echt nur noch Hate, Salt und Toxic. Und das hast du halt hier kaum auf Twitch. Klar, du hast hier auch einen Depp oder so, der mal reinkommt. Der wird dann von den Mods halt rausgewandt und gut ist. Das funktioniert auf YouTube halt leider nicht so gut. Und deswegen bin ich halt super froh, dass ich mich halt von YouTube gelöst und hier zu Twitch gekommen bin. Und bereue den Schritt halt nicht. Und bin immer wieder aufs Neue begeistert, wie geil die Community... Alter, das war ja genau drin. Wie geil die Community halt geworden ist. Und man sieht sich halt quasi fast jeden Abend wieder. Und es sind immer dieselben. Und klar, es kommen immer neue dazu. Aber das finde ich ziemlich geil. Äh... Und ein Hack fallen mir auch noch mit. Dankeschön. So. Ich schaue dir geradezu, weil du Solo spielst. Okay, Professor Mozart. Dankeschön. Finde ich gut. Warum denn kein BF1? Fragt der Smoker. Interessiert mich einfach nicht. Weil tatsächlich bei dem Spiel weiß ich im Hinterkopf, es ist ein Multiplayer-Game. Und die Solo-Kampagne ist mehr oder minder Beiwerk. Dann spiele ich lieber solche Spiele wie ein Gears of War oder so. Ich weiß, da wird auch sehr viel Multiplayer gespielt. Aber da ist halt die... In meinen Augen die Kampagne halt noch mehr Story-Bombast. Oder... Nee, Story-Bombast ist falsch. Popcorn-Bombast. Dann lieber mal so ein Gears of War, was wir gespielt haben. Und... Nee, Battlefield ist nicht meins. Die einzigen ähnlichen Spiele, die ich mal gespielt habe, war... Bad Company. Da war die Kampagne noch ganz gut. Also das erste Battlefield Bad Company. Und die Medal of Honor auf der Playstation 3, glaube ich, habe ich gespielt. Und da hat es dann auch schon auch mit so Krieg-Shootern. Weil es halt immer dasselbe ist. Es sind halt einfach Krieg-Shootern. Der einzige, der wirklich noch... Wirklich gute Ansätze hatte. Beziehungsweise auch eine gute Story hatte. War Spec of the Line. Weil er tatsächlich den Krieg mal anders beleuchtet hat. Den fand ich tatsächlich als Shooter richtig gut. Als... Ich glaube, der war ja auch nur Singleplayer. Und Fenster-Rollo sei gegrüßt. Ich finde es schon tausendmal besser. Ja, mittlerweile, ich bei weitem auch. Ich bei weitem auch. Wie gesagt, war ja letztens die Frage, ob ich nochmal was anders machen würde, was ich bereue. Also wenn, das Einzige, was ich bereue, dass ich nicht schon eher damit angefangen habe. Und länger YouTube gemacht habe. Ich hätte eher schon switchen sollen. Aber okay. Das weiß man ja hinterher dann immer. Das war gar keine EVE-Spritze. Äh, richtig. So, dann müssen wir da lang. Speichern hier nochmal. Also entweder fühlt ihr euch bei Lieb oder bei Menschleins nicht angesprochen. Aber wenn ich einen Namen sage, will ich Leute was angetreten und einen Namen, liebste Community. Was? Verstehe ich nicht. Aber sage ich gut, Fenster-Rollo. Das verstehe ich nicht. Ich schaue Markus zu, weil er kein Stock überrascht hat und weiß, wie ich meine Kralle-Aktion meine. Äh, da wird mir auch heute noch gar keinen Sellouts lässt. Was ist da los? Hatten wir doch schon einen Kasach-Kawaii. Nein. Äh, ohne Witz, Mann. Es gibt halt Trolls und Trolls. Tatsächlich Trolls mit Niveau, finde ich super. Mach ich ja selber gerne. Ähm, da habe ich absolut gar nichts dagegen. Was ich halt nicht mag, sind halt unterirdische Trolls, die trollen wollen und dabei einfach... ...Niveau los sind. Das hat er halt im Chat nichts zu suchen. Ich bin der Letzte, der halt nicht über mich selber lachen kann. Klar, da gehört er halt dazu. Wer hat, äh... Mit Elton und dem Bart-Ausfall, das ist mir alles bewusst. Aber da kann ich halt leider nichts dran machen. Wie gesagt, im zweiten Leben werde ich dann vielleicht George Clooney oder so. Mal gucken. Und Akani schaut mich, weil ich eine magische Anziehung habe. Oh mein Gott. Wenn das Hasi hört... Wenn das Hasi hört... ...mit der magischen Anziehung. Die muss herzlich lachen, glaube ich. Alter, nein. Das sind so kleine Dinger. Ich muss lachen. Oh Gott. Glück gehabt. Und Meisterhacker. Hallo, Hasi. Kaum spricht man von Hasi. Geht Hasi ins Bett. Hm? Was? Weil die Leute kaum noch eine magische Anziehung haben. Ich muss lachen. Nein. Alter Schwede, ey. Oh Gott, ey. Sehr gut. Sehr schön. Wenn man ein realistisches Kriegserlebnis angucken will. Band of Brothers. Sehr geile Serie. Ne, ist sehr geil. Ich muss mal ganz kurz einmal das Dampfmob nachfüllen, sonst dampfe ich gleich Watte. Band of Brothers fand ich sehr gut. Wobei ich tatsächlich den zweiten Teil sogar... Also ich nenne ihn mal den zweiten Teil noch besser fande. Viele sagten, sie fanden ihn nicht besser. Ich fand ihn besser. Und das war The Pacific. Ich fand nämlich das Band of Brothers Thema zum Teil schon so ausgelutscht. Es war gut. Aber man hat davon schon so viel gesehen, dass ich tatsächlich The Pacific für mich informativer fand. Was du halt eben an Facts mitnehmen konntest. Also wer Band of Brothers mag, sollte sich auch unbedingt The Pacific anschauen. Sehr geile Serie. Am besten auf Blu-Ray. Und dann natürlich auf einem schönen großen Fernseher. Ist halt sehr, sehr geil. Beides sehr zu empfehlen. Beides sehr geile HBO-Serien. So. Aber klar, wenn du Battlefield 1 stockst, gehst du als kleiner Streamer unter. Ja, weil es einfach mittlerweile... Das heißt mittlerweile im Moment alle machen. Klar. Da musst du dann einen langen Atem haben. Es ist sehr langes Stream. Und am besten gut. Dann hast du halt Chancen. Du wolltest Hasi nach dem Schokozeug fragen. Dann lass uns 30 Sekunden Blitzwinkel-Hype machen. Komm, 30 Sekunden, dann sag ich Hasi noch gute Nacht. Dann frage ich eben. Äh, nach dem Schokozeug. Sekunde. Dann lass uns 30 Sekunden Blitzwinkel-Hype machen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde so gerne es, wie wir meine Programme rebellieren immer. Ja gut, aber das ist ja dann, das kann man ja irgendwie fixen. Sei es jetzt mit einer kompletten Neuinstallation oder so. Das ist ja, wenn der Rechner es an sich hergibt, soll das ja gehen, Lowlife. Ja, bei Real, genau. Schoko and Cream heißen die Mopeds. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall sehr lecker. Kann ich empfehlen. Ähm, und das, was auch Drakon bestätigt, tatsächlich ist so. Also, mit dem Streamen oder dem Streaming Setup, äh, ich sag's mal vorsichtig, du bist nie fertig. Das ist ständiges Einstellen, ständiges Umstellen, ständiges Basteln und das, was heute funktioniert und man nicht ruckelt und gut aussieht, kann morgen ruckeln und scheiße aussehen. Äh, einfach weil die Programme halt geupdatet werden. Wenn die Spiele, die du spielst, andere, ähm, Prozessor- und RAM-Auslastung haben, das ist immer wieder was anderes. Und deswegen, du bist beim Streamen quasi nie fertig und es ist jeden Tag eine neue Herausforderung, ob es funktioniert. Manchmal klappt es und manchmal nicht. Ja, dann ruckelt es halt manchmal. Wie gesagt, hatten wir ja auch schon. Und dann musst du halt eben nachbessern, wenn du halt die Spiele doch mehr Performance pressen, als du es ursprünglich eingeplant hast. Das ist halt immer, das lustige Streamen, aber wie gesagt, das gehört halt dazu. Deswegen, jeder, der halt streamen möchte, dem sollte klar sein, klar, man kann sich halt von Streamern oder aus hohen Tipps holen, aber Streamen ist auch, wie das Studium, viel Initiative. Selbst basteln, selbst ausprobieren, für sich selbst Lösungen finden. Weil, ähm, wenn du direkt immer nur fragst, dir kann nicht aller, dir kann nicht jeder alles immer und zu jeder Zeit erklären. Das heißt, du musst halt diese eigene Initiative mitbringen. Ich hab jetzt Angst, dass jetzt hier die Hölle losbricht, aber ich nehm das Ding mal mit. Keine Hölle losbricht. Ich würde nie streamen, weil niemand mich drei bis sechs Stunden an einem Stück aushalten würde. Das weiß ich nicht. Es gibt ja auch Streamer, die haben tatsächlich, oder YouTuber, die haben halt mit diesem Rage-Konzept. Äh, oder haben das Rage zum Konzept. Ich meine, das kann ja lustig sein. Gibt bestimmt Leute, die mögen das. Wenn es Krawall gibt. Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Manchmal hilft es schon, wenn der Streamer sich rasiert. Ja, Wochenende. Kommt ja bald. Wochenende. Ich wusste noch, hier passiert was. Oh, ich seh nix. Ich seh gar nix. Ich hänge auch fest. Ich treff ihn nicht. Er steht so nah. Ich komm nicht weg. Aua. Schwede, ey. Holenpuff? Diese armen Teufel. Was für ein Leben. Rum marschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie dann nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr als zu schreien. Gut. Äh, nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Dein Körper beginnt sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Weil ich muss. Ja, oder die Liederhosen, genau. Oh Mann, ey. Und die hatte ich nur an, weil meine andere Hose in der Wäsche war. Und dass sich das halt zu so einem Selbstläufer entwickelt hat, ja, keine Ahnung. Das ist halt voll lustig, Mann. Das hat halt genau solche Klamotten, wo du einfach denkst, ey, das ist so peinlich. Du kannst doch nicht eine Liederhose anziehen. Die halten dich doch alle für super schwul und bekloppt. Nicht, dass das schlimm wäre. Ja, und so ist das entstanden. Und keine Ahnung. Voll lustig eigentlich. Du musst dich hier gucken, weil da war es zu klein. Der ist Saldor. Danke für den Host. Schönen guten Abend hier. Und natürlich an deine Leute. Sei gegrüßt. Äh, wo muss ich denn jetzt hin? Ich hatte in den letzten vier Jahren genau einen Rage beim Zocken. Welches Spiel? Kasach-Krawall? Welches Spiel? Also tatsächlich, was mich an Spielen nervt, ist nicht, wenn ich beim Boss sterbe oder wenn ich an schwierigen Stellen großartig rumpampe, sondern wenn das Spiel gefühlt buggy ist. Also wenn das Spiel es quasi nicht hergibt, dass ich so spielen kann, wie ich mir das vorstelle, sei es jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt oder weil es buggy ist, sowas regt mich mittlerweile auf. Also eine Scheiß-Steuerung, äh, irgendwelche Fehler oder was weiß ich. Da könnte ich dann Ragen. Und da haben wir noch eine Little Sister und Big Daddy. Da speichern wir nochmal. Wie, äh, an Dark Souls-Bossen oder so. Ich glaube, da würde ich nicht Ragen so lange, wie sie halt gut spielbar sind. Wenn es natürlich jetzt so in Richtung Kack-Boss geht. Um es jetzt mal ganz hart zu sagen, vielleicht ein Lords of the Fallen-Boss, der einfach unfair schwer ist und die Steuerung nicht anders hergibt. Da kann ich Ragen. Aber Dark Souls an sich, da scheitere ich an mir, weil ich den Boss nicht hinkriege. Nicht, weil das Spiel halt kacke ist. Außer die Kamera flippert gerade mal wieder rum. Da kann ich mich dann wieder aufregen über die Kamera. Oh, Asaldo. Nochmal danke für den Hof. Oh, Hof. Toxic Fussel, sei gegrüßt. Und Kurio. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sei gegrüßt. Und der Asaldo nochmal. Gerne. Was habt ihr gespielt? Was habt ihr Schönes gespielt? So. Und dann gucken wir uns den Biggerian an. Und ich mag die... Ey, was? Äh, Flomix hat gesagt, äh, ich hab mal, äh, das interaktiv sein soll. User entscheiden, wie man spielt. Da gibt es leider zu wenig Spiele im Moment. Zum Beispiel, es gibt auf der... Das Tomb Raider, das neue. Auf der Xbox. Wenn er das von der Xbox streamst, gibt's einen Modus, wo die Spieler voten können, was im Spiel passieren soll. Finde ich ziemlich geil. Geht aber nur, wenn du von der Xbox direkt spielst. Leider. Und, ähm... Äh, nein, ich wollte Telekinese. Sowas wäre geil. Das würde ich gerne mal machen, aber da gibt's im Moment noch zu wenig. Ich... Alter, mit dem Safe. Mann, das Blasmid nachladen dauert so ewig. Das Blasmid nachladen dauert leider so lange. So. War richtig. Perfekt. Du, Junge. Perfekt. Dankeschön. Mad Max und Ellen Wakes in American Nightmare. Wie geht's? Alles gut. Und bei dir? War leider lange nicht mehr dabei. Kein Problem. Er hat ja gut an selbst zu tun mit Mad Max und Ellen Wakes. Wie findest du Mad Max? Und wie weit bist du? Oder frage ich andersrum. Wie weit bist du und wie findest du es bis jetzt? Weil dann kann ich es besser einordnen. Dann stelle ich die Frage so rum. Ich glaube, wir sind mittlerweile auch am Geldmax angekommen. Und hier haben wir direkt eine Leiche. Das heißt, ich kann wahrscheinlich hier erst erstmal wieder Eve zapfen. Das heißt, ich speichere nochmal. Guck mal, ob ich die... Ist die letzte Little Sister sogar in dem Level? Das ist schon mal sehr gut. Cool, sowas habe ich gedacht zu streamen. Gibt es, wie gesagt. Aber leider im Moment nur von der Xbox. Ansonsten, Choice Chamber ist so ein Spiel. Quiplash sind so Spiele. Aber davon gibt es halt leider noch viel zu wenige. Ich hoffe mal, dass in den nächsten Jahren noch was kommen wird. Wie gesagt, dieser... Such mal nach Tomb Raider Xbox Twitch Interactivity oder so. Wie gesagt, da kannst du halt als Zuschauer wählen, welche Klamotten der Streamer halt bekommt. An Waffen, an Gegnern. Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Adam, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein. Ich habe das gelesen, was der Asailor geschrieben hat, dass er noch recht am Anfang ist und wie er das Spiel halt findet mit Es ist ein bisschen Batman in der Wüste, wenig von den Filmen. Gut, das stimmt. Komm doch mal vorbei, wenn du so Mitte bis Ende des Spiels bist, dann würde mich doch mal deine Meinung interessieren. Ich will jetzt nicht spoilern, ich habe es ja schon komplett gespielt, deswegen sage ich da jetzt nichts zu. Wir haben das Spiel nämlich sonst immer schon häufiger mal in gewissen Verbindungen genannt, aber da will ich jetzt nicht spoilern, von daher keine Sorge, mache ich nicht. Komm doch mal wieder, wenn du dann irgendwann in der Mitte oder beim Ende bist, dann können wir nochmal drüber sprechen. Nein, 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 die hat schon Sugar Daddy, da brauchst du gar nichts machen. Genau, verriegelt die Tür, kommt einfach mal nicht hier hin, dann finde ich schon mal ein bisschen guter Plan. Das ist doch schon mal ein guter Plan. Zack, schneller, kleines Lädchen. Achso, das schützt ich schon aus. Die halten ja gar nicht so lange, stelle ich ganz fest. Äh, da. Ne, die sieht gar nichts mehr. Die ist im Arsch. Oh, was schießt die auf mich? So. Tantam. Ah. Rise of the Tomb Raider. Ja, genau. G of the Tomb Raider. So heißt das, genau. Und da gibt es halt so eine Twitch Interactivity. Äh, ziemlich coole Idee. Ja, schade, dass es nur direkt geht, wenn er von der Xbox streams. Finde ich schade. Geh so, sage Grüßchen, guten Abend. Zapf, schneller. Das denke ich mir auch jedes Mal, Akani. Killing Room wäre zum Beispiel auch was für dich. Sagt mir gar nichts. Was ist denn Killing Room? Okay. Ist das sowas wie, äh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Choice Chamber. Wo quasi auch gesagt wird, Raum größer, Raum kleiner. Hüpfen, Waffen, Gegner, Pieper, Bobs. Wir haben einen Plan. Äh, Okaza. War es für Hearthstone? Schreib es nochmal rein. Ich habe es nicht gesehen. Einfach bitte nochmal reposten. Sorry. Habe es im Kampf leider jetzt nicht gesehen. Da hast du recht. Ich habe die Frage gestellt und habe es nicht gesehen. Ich arisch. Sorry. Einfach nochmal reinhauen. Ich habe da noch was über Hearthstone gelesen. Hearthstone habe ich halt wirklich nur gespielt bis zum ersten DLC. Und da wurde mir halt recht schnell klar, äh, du musst halt permanent Zeit und oder Geld investieren, um halt gute Decks zu haben. Und da habe ich gesagt, das habe ich nicht. Deswegen habe ich dann aufgehört. Und, ähm, ja, deswegen. So intensiv will ich kein einziges Spiel alleine spielen. Aua, was ist das denn für ein Typ? Warum hört der so viel aus? Aua, irgendwas schießt hier doch auf mich. Und macht Bumps, Aua. Oh, richtig Bumps, Aua. Wo denn? Wer denn? Was denn? Von, von wo? Ich weiß gar nicht was. Da! Alter Schwede, ey. Ich habe das Ding gar nicht gesehen. Mann, 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 Mann. So. Äh. Kein Grund, sich selbst Arsch zu nennen. Doch, ich ärgere mich über sowas. Weil eigentlich stelle ich eine Frage, dann will ich eigentlich die Antwort. Und dann passiert gerade, äh, XCOM. Bei diesen Bumpskugeln, die diese dicke Panzerung haben. Und organische Lebensmittel sind als Zombie wiederbeleben. Das Vieh hat mich mit einem Schlag und mit einer umgebracht. Nicht schlimm, dachte ich. Der Healer lebt noch. In dem Moment ging die 5-Zoves auf ein Healer los. War ein Rage-Crit. Ja, okay. Das, das ist halt XCOM. XCOM kann halt eine ANG-Bitch sein. Du kannst halt Glück haben. Und, äh, alles geht gut. Du kannst Fech haben. Und alles stirbt, weil Crit und... Äh. Das stimmt. Aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Das war halt in XCOM schon immer so. Und tatsächlich, muss ich sagen, wir sind ja doch ganz gut durchgekommen. Respekt. Tatsächlich. Glück gehabt. Äh, ich bin ja halt von diesen Situationen glücklicherweise verschont gewesen. Tatsächlich. Und die Viewer können tatsächlich explodieren. Geh dich rumstehen oder Sprengfallen rumliegen lassen. Okay. Supergeile Knarre geben. Äh, Killing Room. Kann ein Mod oder ein Zuschauer das mal ins Discord schreiben? Einfach nur den Namen, dass ich mal googlen kann? Das sagt mir nämlich gar nichts. Dann gucke ich mir das Spiel mal an. Killing Room. Ähm. Sonst vergesse ich das unter Umständen. So, gespeichert habe ich, ne? Dann können wir den ja abzapfen. Machen wir zwei... Ach komm, wir brauchen keinen Geschützturm. Jetzt hoffe ich... Ja, natürlich. Das war so klar. Also tun wir es auch. Hä, denn in den Taschen... ...taschen... ...weißen wir spät, Mann. Doch nicht. Und springt zu mir. Wer ist das? Und warum hält der so viel aus? Weil der Spiel laggt oder so. Oh, was ist hier falsch in der Position? Ich mache überhaupt keinen Schaden. Das Spiel ist kaputt. Ich mache überhaupt keinen Schaden. Ich mache überhaupt keinen Schaden. Da ist doch irgendwas jetzt aber gehöre ich hier gerade kaputt. Ich mache das. Oh, oh... Ich mache das alles hier. Ich mache das nicht. Nein. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Was schießt denn jetzt schon drauf mich? Jetzt ist Ruhe hier im Hof. Jetzt hab ich leider die Heilstation noch kaputt geschlossen, nicht der Arsch. Ghost, Raccoon, Wildlands. Ja, wobei, das ist wieder Ubisoft, ne? Das heißt, da bin ich sehr skeptisch. Zumal ich gerade die alten Tom Clancy's gerne gespielt habe. Also Rogue Spear, wie hieß die? Rainbow Six Rogue Spear und so, ne? Also die taktischen Dinger. Die hab ich halt sehr gerne gespielt. Und das Ding sieht eher aus wie so ein Open-World-Ding. Naja, von daher Ubisoft mal abwarten. Erstmal skeptisch, genauso bei Watch Dogs. Mobs. Okay, was hab ich alles? What the fuck passiert hier? Die Mobs geben mir den Cent auf den Keks. Komm mir zu gar nix. Mieten. Ah, wir haben eh genug. Ich guck sofort wieder auf den Chat, Freunde. Ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Das war super komisch alles. So. Ah. Ah. Rainbow Six Las Vegas. Ja, so ähnlich waren die alten Teile. Ich glaube, ja. XCOM ist einfach ein Monsterhof mit eigener Faszination. Mhm. Ich freu mich auf... Ich hoffe, es kommt noch ne Voransetzung. Ich will jetzt nicht spoilern, was am Ende offenbar wird. Aber ich hoffe. Ich hoffe. Da würde ich mich sehr drauf freuen. John, sei gegrüßt. Äh... Achso, warte mal. Ich könnte mal eben gucken, wo wir die hinbringen sollen. Wir sind fast wieder zu Hause, Dan. Ja, wir müssen zurück. Das ist gut. Dann können wir die nämlich mal eben abgeben. Perfekt. Die alten Rainbow Six Teile jucken mich nicht. Aber die waren verdammt gut. Die waren verdammt gut. Die habe ich halt so gespielt, als ich auf Diablo 2 noch gespielt habe. Beziehungsweise das Diablo 2 Add-on. Das war so die Zeit, wo auch die Rogue-Sphere Teile für mich aktuell waren. Also ist schon ne Zeit her. Ähm... Dann haben wir auch ein bisschen Geld ausgegeben. Gut. Perfekt. War hier oben noch ne Heilstation. Ähm... Sehe die Station. Ja, eigentlich gehe ich genau drauf zu. Ja, hier. Perfekt. Gut, weiter geht's. Kasudel, sei gegrüßt. Ich hätte ja Bock auf ne Red Dead Redemption 2 oder so. Ja, dat kommt ja nächstes Jahr. Und da bin ich heiß wie Schnitzel... Schnitzels Katze drauf. Also dat wird auch hoffentlich ein Fest werden. Wobei jetzt ja mittlerweile schon die Gerüchte umgehen, dass 2017 die Konsolen-Version kommen soll und 2018 dann die PC-Version. Aber mal schauen. Mal schauen. Ja, aber... Doch noch eine. Ich breche weg, ey. Noch eine Little Sister. WC-Ente. Danke für den Host. So was nervt dann. Also nicht für C-Ente. Die nicht natürlich. Jetzt können wir noch eine Sister knechten. Mein Name sei gegrüßt. Ja, du natürlich auch. Schön, guten Abend. Ist echt schade, dass Rockstar immer noch Probleme mit PC-Version hat. Werde ich nie verstehen. Gerade bei dem Entwickler. Manni, 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 Manni. Versuch doch mal einfach die PS4 oder Xbox One-Version von GTA 5 zu kopieren. Zu cracken und im Umlauf zu bringen. Und wie viele Leute können die nutzen? Wie viele Leute haben vielleicht eine gecrackte Version von GTA 5 auf dem PC? Die sind halt einfach nur konsequenter als viele andere. Wie gesagt, deswegen ist ja mittlerweile die Konsole bei vielen die Elite-Plattform. Und alles andere, PC, wird dann von einer Subfirma irgendwie portiert oder so. Leider. Oh, Borderlands 3 gar nicht bei mir. Leider gar nicht. Irgendwann schießt schon wieder von links auf mich. Das ist super nervig. Ach, noch ein Big Daddy. Wo kam der her? Wo kam der her? So was wäre dann schon wieder was, was mich tendenziell aufregen könnte. Weißt du? Du stehst da, da ist nichts. Und du startest eine Aktion und plötzlich durch die Hölle los. Einfach weil es scripted ist. Ei, 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 ei. Jetzt geh ich nochmal neue Minipacks kaufen. So. Feichern. Ähm. Ich hätte eine Landparty. Gang, die nur Rainbow Six stockt. Ja, die Frage ist, welches Flow Mix? Borderlands 3? Ne, nicht wirklich. Tatsächlich, ich habe so lange Borderlands 2 gespielt. mit DLC. Also den... Wie hieß die? Lara? Macromancer? Keine Ahnung. Ähm. Ne. Ich habe schon das Pre-Sequel nicht mehr gespielt. Von daher... Ähm. Ist nicht böse gemeint. Es ist doch dasselbe. Im Endeffekt Teil 1 und 2. Ein bisschen andere Story, aber dasselbe Prinzip. Halt einfach Tetzillionen von Waffen. Da muss ich auch was am Gameplay mittlerweile ändern, dass das nochmal für mich interessant wird. Weil ansonsten ist es halt dasselbe mit nur anderer Story und anderen optischen Effekten. They're going to play it. Leid, nix. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Das ist hier schwer. Wir müssen uns ausprobieren. Bange... ...hä, Das ist... Schw�-er, das ist echt was. Also ich bin zu wirklich 100% das Gegenteil von Marcus. Alles was ich mag merke ich und umgekehrt. Ja, dann glaube ich ja nicht, sonst wäre es ja nicht ihr Akani. Ich glaube Souls mögen wir ja beide, oder? Und Bioshock vielleicht und Momodora. Also komm. Und das was VNCLQL sagt, mit den Superunternehmen, das ist richtig. Das machen ja dann halt andere, die Portierung, größtenteils. Zweikart-Buffer-Probleme, okay. Wo muss ich denn hin? Ach hier. Äh gut. Ah, hier ist schon mal die andere Pflanze. Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Ach, alle. Jetzt verstehe ich, was Flomix gesagt hat. Alle Zeile, okay. Dann sammeln wir mal. Hier ist der Engel. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Nein, den will ich nicht. Natürlich, wo bin ich Alphas? Nein. Alter, das ist so übertrieben mittlerweile. Gar nicht übertrieben. Also das Spiel auch schwer zu spielen, kann ich mir echt schwer vorstellen. Unsicherheit. So. Bioshock, äh, was? Der ist schon. Bioshock, Lala, Modo, will ich nur die Leichen sehen. Das Blut muss spritzen. Ach, ne, die habe ich schon aufgesammelt. Verdammt. Oh, Mann. Da guten Hunger, gar nichts. Mag sein, ich habe ein, zwei Tage Bücher aufgesammelt, die ich nicht abgespielt habe, wegen Action. Das mag sein. Das mag sein. Das ist gar passiert, Planet Quasher. Sorry, wegen der, das kann sein. Ach so, hier können wir erstmal ganz kurz shoppen. Jetzt ist das Geld auch sehr schnell wieder weg, tatsächlich. Spiel auch zuerst zu spielen, ist meistens schwer. Ja, es gibt aber auch Spiele, die auch schwer, nicht wirklich schwer sind. Also, nicht sonderlich schwer. Ja, aber das gehört ja wahrscheinlich nicht dazu. Ach du Scheiße. Ach so, hau rein, bis zum Essen mal. Jetzt ist etwas Unaussprechliches aus ihm geworden. Mutters Weltanschauung ist genauso verfehlt wie die von Ryan. Für sie wäre es besser, alle lebten im Elend, als dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Ich muss hier raus. Tobi Bown, willkommen im Mopped Club. Der Streamer-Kollege. Sehr geil. Danke, dass du in den Sub rein haust. Herzen für dich, mein Lieber. Hab Spaß mit Emotes der Community, dem Programm und allem anderen. Und ich hoffe, es kommen ein paar Herzen für dich, Tobi. Vielen lieben Dank. Was spielst du denn im Moment im Stream? Habe ich die letzten Tage ehrlich gesagt gar nicht gesehen oder geguckt, muss ich gestehen. Von daher weiß ich gar nicht, was bei dir im Moment up to date ist. Alter Schwede, sei gegrüßt. Und vielen lieben Dank für den Zappmann. Hilft ungemein natürlich. Und ich muss hier, glaube ich, weitergehen. Wir gucken mal, wo die nächste Leiche ist. Das erinnert hier so an Fallout. Das ist unglaublich. Da soll die nächste Leiche sein. Das gleiche Kind für Drakon. Was ist denn los? Alter Drakon. Auch an dich natürlich. Vielen Dank. Auch Streamer-Kollege. Holy Moly, Drakon. Ich danke dir für den Zapp. Auch für dich die Herzen. Willkommen im Moped Club. Klimatisiert, wärmefrei und im Winter beheizt. Und die Modes obendrauf. Dankeschön. Alter Schwede. Und Tobi hat gespielt zum Walking Dead Season 1 durchgespielt. Oh ja, die war super. Die hab ich auch gerne gespielt. So much emotions. Eieiei. Und mit Prime kann man auch immer Leute summen, die ich so nicht summen kann, weil ich sonst zu viele habe. Ah, okay. Ja, ich hab auch zu viele. Dann kenn ich das Problem. Jetzt ist mit Stefan noch einer dazugekommen. Aber natürlich, wir supporte ich dann halt auch gerne, Mann. Danke euch zwei. Drakon, komm gut ins Bett. Und danke dir. Eieiei, sehr geil, ihr zwei. Dankeschön. Bin mal gespannt, wenn du dann die Season 2 gespielt hast. Ähm, Tobi. Warte, da, du sagst. Im Verhältnis zur Ersten. Da bin ich gespannt drauf. Äh, ja. Wir machen hier jetzt einmal nochmal Zapfi-Zapfi, wa? Aber ich kann hier nicht Zapfi-Zapfi machen. Und er sagt mir, ich soll hier Zapfi-Zapfi machen. Jetzt spiele ich schon wieder kaputt. Ach, nee. Ich soll da hinten hingehen. Da drüben. Oh. Entscheide ich doch mal. Ja, wo denn? Ich reine hier nur im Kreis. Wie ein bekloppter Big Daddy, ey. Ach, der lebt. Ja, ist ja geil. Jetzt reizt mir langsam mit dem. Mann-O-Meter. Diese Moped-Männer. Ei, ei, ei. Endlich Dishonored 2. Ja, mal abwarten. Wie gesagt, Tobi, da bin ich halt sehr, sehr skeptisch, weil es vorher nicht getestet werden kann. Darf. Und, ähm, ich hoffe, dass es gut wird. Dann spiele ich es. Ich werde es nicht vorbestellen. Ich werde einen Test abwarten und bei Streamern reingucken. Dann kann ich bei dir reingucken. Und, ähm, ich werde nichts mehr vorbestellen. Und gerade jetzt, wo Betester diese Policy da geändert hat. No fucking way. Also, das heißt, da werde ich noch bis übernächste Woche warten. Und erst mal eine Meinung bilden. Sag mal, wo wir mich... Da kam ich doch her. Das betrollt mich doch, oder? Das betrollt mich nicht. Aber da ist auch eine Kamera dann schon mal gut. Ja. Was hat Betester geändert? Dass die an Presse vorher keine Muster mehr rausgeben. Sondern tatsächlich erst dann die Tests nach Release halt offen, äh, oder öffentlich gemacht werden können, weil keiner vorher spielen kann. Und deswegen weiß man halt vorher nicht, wie die Spiele sind. Und deswegen kaufe ich die Katze nicht mehr im Sack. Schon zu oft gemacht. Aua. 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 Was bin ich denn? Aua. Ich häng, ich häng hier. Fest. Ich bin einfach mal wieder durch die Welt geglitscht. Aua. Gott sei Dank. Fällig. Willkommen. Wer ist netter als andere Daddys. Uiuiui. Perfekt. Das ist ja die Rackierungseign. Das ist ja super. Weg mit dir. Weißt du eigentlich, wie das mit dem Tag vorher zocken? Darf ich das am Mittwoch streamen? Die Mädchen flüstern mir etwas zu, Vater. Sie haben dir ein Geschenk hinterlassen. Antwort ich mir. Im Gatherers Garden. Hol es dir. Hol es dir. Ich speichere nochmal, weil jetzt kommt die Big Sister. Nach der Big Sister Tobi-Bound. Ich hoffe, ich vergesse es dann nicht. Äh, da antworte ich dann auch gerne drauf. Ich sehe gar nichts. Ja, das funktioniert nicht gut. Ah, Alter, was hält das Moped aus? Holy fuck, ihr Aroni. Ah, du bist warm geboren. Ich sehe schon. Jetzt will ich hier weg. Lass mich gehen. Ich will hier raus. Ähm, prinzipiell, auch wenn du es eher zugeschickt bekommst, immer erst mit dem Release-Datum. Ähm, und maßgeblich ist der US-Release, nicht der deutsche. Äh, es sei denn, du hast eine schriftliche Zusage vom Publisher, die du auf Geheiß vorzeigen könntest. Wenn du ganz sicher gehen willst, müsstest du diese vorher zu Twitch schicken, weil sonst nehmen sie dich trotzdem erstmal down und sperren deinen Kanal für 24 Stunden. Äh, und das hilft dir ja in dem Moment nicht, wenn du trotzdem die Erlaubnis hast. Also, da wäre ich halt vorsichtig. Und, äh, das sicher ist es halt immer erst zum US-Release. Oder du hast halt eine schriftliche Erlaubnis. Äh, was wollte ich jetzt hier kaufen? Ähm, da würde ich gar nichts kaufen. Da wäre ich ja nicht. Willkommen im Zirkus der Werte. So. Jetzt muss ich nachlesen. Jetzt bin ich wahrscheinlich super weit hinten dran. Also, wie gesagt, offizieller Release ist, glaube ich, der 11. Hälfte. Äh, 10. Doch, 11. Hälfte. Ah, bei Presse und Bemusterung sind halt, glaube ich, strenger, weshalb ich mich dran halte. Ja, und im schlimmsten Fall, wenn sie es mitkriegen, wird es halt nicht mehr bemustert. Ich meine, ich hatte die, ähm, Dark Souls 3-Version für die Xbox, hatte ich auch vorher. Dann ist ja mehr oder minder die japanische Xbox-Version geleakt. Trotzdem hatte ich auf dem Schreiben stehen, ab wann ich es hätte spielen dürfen. Und, äh, klar, du kannst dann halt sagen, ich halte mich nicht dran und spiele vorher. Oder das steht halt drauf und du machst es halt nicht. Ähm, naja, keine Ahnung. Wie gesagt, äh, ich halte mich dran, weil ich halt mal für die Industrie gearbeitet habe und halte mich an die Embargos. Von daher gibt es halt Leute, die halten sich nicht dran. Aber die werden dann irgendwann auch nicht mehr bemustert werden. Oder halt im schlimmsten Fall weggebannt werden für den schnellen Fame, weil sie halt ein Spiel zwei Tage erspielen. Siehe Metal Gear Solid oder so. Da hatten auch viele vorher schon die Konsolen-Version und die sind dann einfach fluch weg. Stefan! Und Honorianer, die jetzt offiziell so heißen. Seid gegrüßt. Und gepackt. 100 gepackt im ersten Stream. Sehr geil, Stefan. Habt ihr gut gemacht, habt ihr gut gemacht. Sehr geil. Ich grüße den raus. Okay. Dieses Morbett-Geknechte. 120 gepackt. Sehr geil. Da wird sein gegrüßt. Ich muss ja da irgendwann rüber hier selbst den Stream ein bisschen anmachen. Aber war sehr geil. Sehr geiler Tag heute. Hat mich sehr gefreut. So, ich glaube, wir speichern hier nochmal. Und die Lizethers haben wir fällig in dem Level. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Äh, Elfter, Elfter. Ja, was hab ich gesagt? Ja, klar, Elfter, Elfter. Nee, das muss ich nicht machen. Schade, dann muss ich mit der Sonne noch warten. Ja, ich werde halt Freitag, beziehungsweise, ja, Freitag, werde ich dann anfangen, mal ein bisschen Streams zu gucken, Metacritics abwarten. Und wenn's gut ist, dann halt bestellen und kaufen. Und wenn's halt nicht gut ist, dann halt lassen. Ja, genau das, was Kalix schreibt. Genau das, genau das ist es. Ähm, ich lese mal vor, was Kalix geschrieben hat. Ja, theoretisch einfach mal anrufen bei Bethesda und fragen. Dann bist du auf der sicheren Seite. Mein Kanal wurde damals gesperrt wegen Dedalick. Und das, obwohl ich ne Zusage vom Junior PR Manager hatte, dass ich darf. Das weiß ja aber in dem Moment Twitch und YouTube nicht. Die gucken einfach... Oh, da sind Videos auf YouTube oder Livestreams auf Twitch. Die dürfen noch gar nicht. Und weg. Dann kannst du anrufen und sagen, Herr Twitch, Herr YouTube, ich hab doch hier die Zusage vom Junior PR Manager, dass ich darf. Ach so, ja, aber das wussten wir ja gar nicht. Das meinte ich halt, die wissen es gar nicht. Wenn du sicher sein willst, musst du denen das vorher geben und sagen, ich hab hier die Erlaubnis von Dedalick, von Bethesda und ich darf das. Dann vermerken die sich das und sagen, okay, wenn 500 Leute das streamen, der eine darf das, weil er die Erlaubnis hat. Und die anderen 499 schalten sie aus. Das meinte ich damit halt. Das ist halt immer sehr mit Risiko verbunden, wenn du nicht den offiziellen super langen Weg gehst. Und deswegen vor Abspielen ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert zwischen und ich will der Erste sein, was man niemals sein wird. Und, äh, ich will lieber nichts riskieren, was ich mir aufgebaut habe. Ich bin dann lieber, ich will nichts riskieren. Aua, ich hänge schon wieder irgendwo in der Luft hier. Wo bin ich denn? Ich hab mich hier schon wieder rausgeportet. Jetzt bin ich auch noch im Arsch. Da ist ne Dieter Zellmacht, okay. Immerhin wurde ich dann noch immer bewusst davon. Egal, ist das Missverständnis? Naja, klar, es sind immer Missverständnisse. Das war klug, ne? Das war klug. Naja, immerhin gab's Munition. Ich will nicht der Erste sein, der er streamt. Ich will's einfach zocken. Ja, dann bleibt tatsächlich, wenn du's wirklich früher hast, oder ganz viel früher, wie ich im Falle von Dark Souls 3, dann bleibt nur, was ich nicht gemacht habe, tatsächlich zu sagen, ich stream's privat. Also, ich stream's privat. Also, dann spielst du's privat. Nicht streamen privat, sondern einfach privat spielen. Ist halt leider so. Ja, komm schon. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Frank und wirf die Pflanzen rein. So, was ich jetzt aber in den Chat noch mal fragen kann. Wer der Chat, wer der Community? Wie weit sind wir denn ungefähr vom Ende entfernt? So, Pi mal Daumen. Mit meiner Spielweise natürlich. Wenn er das mit einplanen könnte. Was, ich kann hier auch benutzen. Oh, da steht wirklich bei den Leichen benutzen drauf. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Äh, da du in letzter Zeit so viele Pixel-Art-Games und Abbit-Games gezockt hast, hast du schon Oldboy gehört? Ja, hab ich auf der Wuschel-Story. Hab ich auf der Wuschel-List. Hat ziemlich geil abgeschnitten auf Metacritic. War mir persönlich nur zu teuer. Also, nicht, dass es mir das nicht wert ist. Es war mir einfach nur im Moment zu teuer, weil ich so viele andere Spiele gekauft hab. Ich hab im Sale halt über 15 Spiele gekauft. Ähm, ist auf der Wuschel-Story. Hab ich im Auge. Auf jeden Fall ein Tipp wert, ja. Definitiv. Arme Gilbert. Es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren, wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Okay, also definitiv heute nicht schaffbar. Das wollte ich wissen. Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Nee, nee, ich wollte nur wissen, ob wir es heute eventuell durchspielen können. Aber wenn ihr es dann schon noch sagt, zwischen 1,5 bis 2 Streams, dann machen wir heute keine Hektik. Dann machen wir gleich irgendwann einen Cut und wechseln dann nochmal auf Mobodoro. Dann spielen wir nächste Woche das Spiel in Ruhe zu Ende. Danke für die Antworten. Dann warte ich und gucke ein bisschen bei dir, wenn du das dann zockst. Ja, genau. Es ist halt noch ein bisschen teuer. Genau. Wobei, es soll ja, glaube ich, 10 Jahre Entwicklungszeit drin stecken in dem Spiel. Und wie gesagt, hat auf Metascore oder Metacritics irgendwie über 90 abgeräumt. Also für ein Indie-Spiel halt verdammt viel. Aber ja, das habe ich halt direkt auf die Wishlist halt gebracht. Werden wir irgendwann dann auch sicherlich spielen. Ich habe jetzt halt erstmal 15 Spiele im Sale geholt. Das waren auch über 100 Euro. Und wie gesagt, die wollen ja dann auch erstmal gespielt werden. Und Ravares, danke für den Host. Retro Prince, danke für den Host. Auch wenn es Autohost waren. Dankeschön, ihr zwei. Oldboy, Lone Rider. Oldboy, was gerade auf Steam neu rausgekommen ist und mehr oder minder gehypt ist. Behälter System für die Tiefsee-Lebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Entlassen. Geleiten Sie in vorskame. Auch tue die. Danke. Ich bin gleich wieder vor euch da, ich muss nur mal hier gerade... Klöpfe machen. Ich bin schon wieder daneben gechargt. Ich bin ja vor allem wieder chargt, ja. Mein Gott, jetzt stört doch mal. Ah, da ist noch einer. Ja. Das ist wieder, aber hier noch... Hängen im Ton. Wie kannst du es wagen? Du wirst mich überlassen mit dieser... Bestechungsaktion! Diesem Almosen! Diesem... Willkommen im Zirkus der Welt! Mhhh... Das kriegen wir hin. Warum ich nicht mit 60 FPS streamen, Tobi? Äh, wofür? Bringt keinen Mehrwert, kostet Bitrate und das Bild wird pixeliger. Also von daher lieber eine höhere Auflösung als mehr FPS ist meine Devise. Aber das macht halt jeder anders. Und ich hab da, ja, mich entschieden halt lieber eine höhere Auflösung zu wählen als 60 FPS. Weil, ähm, viele Spiele, die ich spiele, haben überhaupt keine 60 FPS. Warum soll ich es dann streamen? Dann kann ich halt lieber Full HD streamen, was die Spiele haben. Ja, von daher, das ist die Antwort. Oh Gott. Firehawk, Tobi Firehawk, nicht Tobi Bones. Du hast den Schlüssel zu Lamps Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxifiltsstation zu gehen und ihn benutzen. Öffne den versteckten Aufzug. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen, schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund. Und meinen aufrichtigen Dank. Okay. Also der will ja, dass ich ihn umbringe. Von daher komme ich da bitte mal nach. Äh, wie mache ich das? Wenn ich das jetzt wüsste, wie ich das mache. Ähm. Wo soll denn hier der Schalter sein? Ach, hier ist er geschenkt übrigens. Gut, dass wir hier nochmal waren. 250 Eddermal. Und wir können uns so gut wie nichts mehr davon kaufen. Elektroball 2. Elektroball 3. Winterblast. Hypnotisieren. Ja komm, dann nehmen wir mal den, den Insektenschwarm. Den kriegen wir noch hin, ne? Rufen Sie einen Insektenschwarm. Immer sehr witzig, wenn er versteckte Gegner aufspürt. So. Insektenschwarm. Entfesseln Sie einen noch aggressiveren Schwarm. Ein echtes Erlebnis, wenn er einen Gegner nach dem anderen findet. Und Insektenschwarm. Okay, klingt spannend. Züchten Sie noch bessere Insekten. Schwerne verstecken sich in toten Gegnern und warten auf weitere Beute. Ähm. Indie-Games. Tatsächlich spiele ich mittlerweile sogar lieber als viele Triple-A-Titel. Weil in den Triple-A-Titeln, ich meine, Mafia 3. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da kann ich... Das interessiert mich einfach nicht. Sorry. Ne, also deswegen ja. Viele Indie-Games finde ich mittlerweile besser als so manchen Triple-A-Titel. Weil halt viele nette oder cutie Ideen drin stecken. Ähm. Deswegen ja. Also tatsächlich. Das ist auch das, was ich mehr oder minder privat spielen würde. Äh. Können wir noch was kaufen? Aber der Rest ist alles nicht ganz so geil, ne? Hm. Okay. Ja, die Frage ist, wie töte ich den denn? So gerne als mal auszulösen. Ja, ja, ja. Wie töte ich den Moped-Mann nennen? Der Mafia 3 sollte man nicht Triple-A nennen. Ja, sagt er mal den Verkaufspreisen am Pre-Order-Tag. Nein, leben lassen ist gut für Eleanor. Wer ist Eleanor? Nein, der Typ will sterben. Ich würde ihn ja töten, wenn ich wüsste, wie es geht. Ach da. ja. So, laufen wir nicht. So, Friede und Ruhe in demselbigen. So. Und wir gehen. Auf Wiedersehen. War schön hier. Tschüss. Oh Mann. Achso, jetzt muss ich ja wieder das, äh, äh, das Ding hier ziehen. Assassin's Creed 2 oder Brotherhood waren noch AAA-Titel. Ja. AAA-Titel sind halt von großen Publishern zum Vollpreis. Also, No Man's Sky sollte eigentlich auch ein AAA-Titel sein. Das ist die Axi-Field-Station, Chef. Aber lass dich von der Fassade nicht täuschen. Das ist der Eingang. Benutz jetzt den Schlüssel. Tja, wie sagtest du, du darfst diesmal alle leben? Ja, hab ich doch. Der hat mich doch darum gebeten. Der war doch voll geknechtet. Das war doch sein Wunsch. Das ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie der Aggressor bin. Der wollte das. Ich hab jetzt ja nicht einfach nur sinnlos irgendeinen geknechtet. Äh, da ist das Ding. Triple-AT-Titel sind mittlerweile aufgeregt. Das sind die Grafikbomben ohne... Jetzt hab ich mich erschrocken wegen Bienen. Ohne Inhalt oder veraltete Konzepte, weil zu lange in der Entwicklung seid. Die WG-Kunden muss man mittlerweile suchen. Ähm. Ja. Da ist schon einiges Wahres dabei. Und teilweise merkt man auch Dark Souls 3 an, dass es tatsächlich ein Massenprodukt geworden ist. Erlenors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Raptors Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein. Und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wuch des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Dragonforce-Fan? Aber ich musste hier als erstes dran denken. Irgendwie von Force Dragon zu Dragonforce. Hatten wir übrigens im Intro die Musik. Through Fire and Flames. Sein gegrüßt. Danke für den Hose. Ja, ne, keine Ahnung. Viele, ähm, Spiele sind halt eben tatsächlich, weil sie so PR-mäßig beworben werden, müssen sie natürlich auch der breiten Masse gefallen. Das heißt, mir, dir und dem anderen dir, was rechts neben dir sitzt, sollen ja alle spielen. Soll ja ein Verkaufshit werden. Deswegen sind sie halt sehr, sehr stromlinienförmig und ohne Ecken und Kanten. Weil das verkauft sich halt nicht so gut. Oh ja, richtig. Okay, Force. Das war das erste, wo ich dran denken musste. Ja, wobei es doch eigentlich eine gute Zeit wird. Wenn er quasi ein Level geschafft, dann können wir nochmal jetzt in Momodoro reinschauen. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Denn, ich traue mich jetzt nicht, die Starttaste zu drücken. In Klammern, ich habe wieder Angst, dass ich Bandenbosse rauslocken muss. Keine. Ist ja auch nicht, dass ich schon genug Adam bis zum St. Nimmerleins Tag habe. Gott sei Dank keine Little Sisters anscheinend in dem Level. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ich muss keine mehr retten oder knechten. Ich bin froh. Bitte lass es so bleiben. Das finde ich gut. Aber wir haben noch nicht die Trophys bekommen. Für alle leben lassen oder alle getroffen. Von daher glaube ich, dass wir auf jeden Fall... Ja gut, Eleanor wird noch als eine Little Sister wahrscheinlich zählen. Okay, wir schmeichern hier. Machen nächste Woche weiter. Und...